Also wenn man sich den Account anschaut, ne, Pröki for you. Wenn man sich den Account anschaut, dann sieht man halt, sobald wir jetzt, ähm, sobald wir Diamond waren, waren die Games sehr viel spielbarer als Articary. Weil du einfach, die Leute spielen mehr um dich rum und geben dir mehr die Möglichkeiten. Und ich konnte viel, viel mehr Spiele übernehmen. Und Arpitrich ist sehr, sehr nice, muss ich sagen. Arpitrich ist sehr nice. Auf dem haben wir auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in Folge. Danke an Buendeljung, dann Schnirr bist dabei, Max Markus, viel lieb. Oh, das Video wollten wir weiterschauen, ja, habt recht. Ja, 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 danke euch fürs Aufpassen, Leute. Ja, zack, zack, zack. Danke an Burgras, Noctus, Nattlich, Profit, Verfügbar, Knuddelohr, Hero, Nightmare, Neid, Rammsteiner, Almaiki, Tim, Dr. Pigeon, willkommen. Okay, also jetzt für das, was ihr noch nicht mitbekommen habt, ähm, sie haben announced, dass der Arena-Modus kommt zurück. Es gibt neue Items, die Prismatic-Items, die einen Spielstil definieren sollen. Sie haben eins vorgestellt, das ist irgendwie Black Crown, äh, was deine Stats erhöht, wenn du gewinnst. Und wenn du verlierst, verlierst du Stats? Ähm, dementsprechend, das ist ein hartes Snowball-Item. Klingt für mich sehr gut. Ich finde, das ist das größte Problem mit Arena war, dass die Augments, äh, unfairen Snowball reingebracht haben. Was sie noch machen ist, sie erhöhen auf 16 Teams. Das ist gut, das heißt, es wird mehr Bands geben, mehr Variety und mehr unterschiedliche Gegner und Comps, gegen die man spielen kann. Und das zweite Announcement, das sie gemacht haben, ist, dass ein PvE-Modus kommt. Äh, warte, sie zeigen einmal so einen kurzen Ausschnitt, äh, was will ich nicht... Hier, sie zeigen einmal so einen kurzen Ausschnitt, ähm, das ist allerdings natürlich noch überhaupt nicht fertig, aber das könnte man sich so wie Potato, kann man sich das ungefähr vorstellen. Ähm, also, dass man praktisch, man spielt einen Champion, man ist da in der Mitte, dann spawnen lauter Sachen und ihr müsst die halt killen und Runden überleben. Wisst ihr, das ist natürlich nur eine sehr grobe Skizze, das wird ganz anders aussehen. Aber sowas wie Potato. 16 Spieler, nicht 16 Teams. Äh, äh, 16 Spieler, entschuldigt, ja genau. Danke an Dorimax und Petalrock, vielen lieben Dank. So, und jetzt waren wir bei Champion Mastery. ...shared that we're updating the Champion Mastery System. Ja. When we announced it, there was some feedback from you all regarding the changes. And one area of feedback was that it felt bad to grind for titles and then lose them the next split. And we agree. So we've made the champion-specific titles permanent. We're also changing the way you gain Mastery Points. Currently, your Mastery Score is impacted by your team's performance overall. But with this update, it'll only account for your own performance instead of factoring in your team's overall average. We're also changing how much wins and losses are weighed. So, even if you lose your game, you'll still progress your Champion Mastery more than you would today. We're targeting to launch this system with the changes we just... Ich glaube, das ist eigentlich was Gutes, oder? Wie steht ihr dazu? Ich glaube, das ist tatsächlich was Gutes. Und ihr Leute lieben es, Champion Mastery zu grinden, lieben es dahinter zu sein, zu zeigen, dass sie ihren Champion perfektioniert haben. Und dass man mehr bekommt für die Wins, dass die eigene Performance eingebaut ist, ist, glaube ich, ein sehr guter Change. Kann man nicht vorstellen, wie das schlecht sein kann. Okay, it's also been a bit since we talked about Lee Cern, so we wanted to give you a little update on how his visual overhaul is going. As one of our older and most iconic Champions, Lee Cern needed a lot of... A lot of work? A lot of work? What? A lot of work to meet our modern art and tech standards, while maintaining the feel that his mates have learned and come to love over the years. This includes things like rebuilding his model from the ground up, making his appearance more consistent across all of his skins, adding new fluid animations and updated visual effects. And if you leave... A lot of work to meet our modern art and tech standards. A lot of work to meet our modern art and tech standards, while maintaining the feel that his mates have learned and come to love over the years. This includes things like rebuilding his model from the ground up, making his appearance more consistent across all of his skins, adding new fluid animations and updated visual effects. And if you lees in closely, you might even be able to hear quite a few new sound effects. We also took this opportunity, no you're not, to address some issues players have noted over the years. With a keen eye on improving gameplay clarity, we made some bigger changes to how his abilities look, and some skins like Storm Dragon Lee Sin, reducing the noisiness of his visual effects, and bringing the skin's design more in line with his base skin. If you want to learn more details about the process, check out the dev blog that's out now. You can expect to see Lee Sin's visual update to be released with patch 14.9 on May 1st. We also have a small, maybe even tiny update on Timo. We're targeting his update to be ready later this year with patch 14.20. Alright, we wanted to give you a quick update on how we're handling ranked rewards, now that we have three ranked splits per year. Similar to last year, we plan on having... Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, das mit den drei Ranked Splits finde ich so shit. Nein, das ist so ein endloser Triant. Warum wird das noch zweimal resettet? Warum? Warum ist das so? Ich muss ehrlich sagen, verstehe ich absolut überhaupt nicht. Das ist einfach... Drei ist doch viel zu viel. Zwei? Okay, von mir aus. Aber drei? Das ist okay, der hat's keine nice. Das ist keine nice. That's it for today. As a reminder, please do check out the dev-blogs to learn more about some of the things we discussed. Finde ich echt schon gut. Also du gibst den Leuten wenigstens einen Anreiz zu spielen. Irgendwas. Wann startet MSI? Wann startet MSI eigentlich? Ist jetzt bald, ne? Weil jetzt sind überall die aktiven Dings vorbei. Das heißt, jetzt soll's eigentlich losgehen dann. Novel, spielst du Clash of Clans? Was ist Clash of Clans? Ist das dieses Handy-Game, das Trimax immer spielt? Ich spiel persönlich gar keine Handy-Games, ne. Ich spiel gar keine Handy-Games. Danke an Ich bin die Uschi. Vielen lieben Dank. Willkommen. Aber ich hab das mal bei, ähm, bei Trimax gesehen. Das sah schon sehr lustig aus. Was mich halt abschreckt, ist die unglaubliche, also wie viel Geld, wenn du wirklich progressen möchtest, du investieren müsstest. Wenn du schnellen Progress möchtest. Okay, der, okay. Jetzt machen wir keine Rave-Musik hier. Wo ist Wheel in the Sky? Tatsächlich sind diese drei Spills auch sehr schlecht für mein Projekt hier. Weil wir haben überhaupt keine Zeit mehr. Wir haben jetzt irgendwie noch 30 Tage. Das heißt, wir müssen in 30 Tagen Triple Challenger werden. Wie soll das gehen? Hier sind sich der Aurelio und hier ist es nicht. Du willst ihn nicht mehr spielen. Ja. Und jetzt spiel ich ihn trotzdem. Hm. Hm, habt ihr den Anfang? Der Challenge-Shop passt sowieso kein Kani for you. Ich spiel nur Rollen, die mir persönlich Spaß machen. Und ich hab einfach keinen Spaß an Jungle und an Support. Das ist nur meine persönliche, also mein persönliches Empfinden. Ich find die Rollen sehr langweilig. Wanda Eule, vielen lieben Dank für den Support. Und danke auch an Gaku. Auch da eine Traumappen. Wir sind 20-0. Ja, wir sind 20-0 auf dem Top-Lane-Account. Jetzt sind wir auf Mitte gewechselt. Auf dem sind wir 0-0 heute. Auf dem Top-Lane-Account sind wir 20-0. Master Crystal und Bender. Warte, schaut euch an, wie beautiful das aussieht. Das ist eine der schönsten Sachen, die es überhaupt gibt. Das ist so klasse. Das ist so klasse. Er legt die Keule weg, Diamante, ja. Nee, der Tab, vielen lieben Dank dir auch für den Support. Schön, dass du da bist, Tab. Ja, was hältst du für eine Nachspielzeit bei deinem Projekt? Nachspielzeit. Naja, ich meine, wir werden es ja wahrscheinlich nicht in 30 Tagen schaffen, aber dann haben wir die Accounts schon Ruhe, MMR. Dann müssen wir sie halt nochmal hochspielen, das ist halt dann so. Aber im zweiten Split haben wir dann die höchsten Chancen. Wir müssen bloß bis zum zweiten Split jetzt so hoch wie möglich kommen auf den Accounts. Die Ash erstmal mit dem Twitch, äh, mit dem, ja, wie nennt man das? Mit dem Twitch, äh, hier, Plag. Gucken wir doch mal nach dem Game. Aber wenn die jetzt performen, dann schauen wir mal rein, würde ich sagen. Aber da will ich erst eine Performance sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und er muss mindestens so viele Arrows wie Karni treffen. Und Karni ist actually eine sehr, der war einer der besten Ash-Supports, war der. Bloß leider war Ash-Supporter nicht besonders gut, aber der war actually richtig gut auf Ash-Support. Oh, das ist schon. Yikes. Ich finde auch Riga und finde ich sehr schwer zu carry mit. Okay, schwierig, ich muss jetzt die nächste Wave rein pushen und dann auf jeden Fall schnellstmöglich resetten. Jetzt schon wieder mit. Boah, Alter. Echt nicht mal rein pushen. Eieieieiei. 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 Einen schönen Dauergast haben wir da sowieso aus. Eieieieiieiei. Eieieieieiei. Gucken wir doch mal, was wir hier machen können. Aber hier sind wir super eklig als Aurelion, weil ihr müsst halt stehen bleiben für eure Kombo. Das ist auch so eine Sache. Ich finde, auf Mitte ist es so viel schwerer zu carry'n als auf Top-Lane gerade. Weil in der Mitte kannst du einfach so leicht von Junglern komplett rausfokussiert werden. Während das auf Top-Lane so viel schwieriger ist. Das ist ein Beispiel hier in dem Game. Wir wurden jetzt Level 3 gegangt, dann wurden wir Level 4 gegangt, dann wurden wir Level 5 gegangt. Und das ist halt, was machst du? Was machst du da dagegen? Ich finde, Mitte ist also sehr viel schwerer zu carry'n aktuell. Der ist schon wieder da. Ich werde mich wahrscheinlich diven hier, Mitte. Das ist wahrscheinlich immer noch dahinter. Ich bin ja nicht mal zu farmen vorher gerade. Mann, die Map-Chain ist Mitte nicht schwerer zu carry'n, aber immer noch sehr viel leichter als zum Beispiel Top-Lane, weil Top-Lane hast du so viel weniger Zugang. Hm. 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 Die haben drei Goobies. Wir haben Hard-Losing Top und ich bin Mitte auch ziemlich Hard-Losing, leider. Welche Elo ist das Spiel? Das sollte so High Diamond, sollte das ungefähr sein. Aber die, die, langsam werden die Games richtig knackig, ja. Was ist hier denn da auf der Top-Lane, aber das ist ein Klett, ne? Klett ist schon sehr scary, Mario. Vielleicht nicht so scary, aber schon sehr scary. Und für was gehen vielleicht? Hm, 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 hm. Können wir auch nix machen, leider. Wir müssen wahrscheinlich einfach basen. Ja. Das ist ein Game auf jeden Fall, ne? 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 Das ist ein Game auf jeden Fall. Ne? 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 Welt. Vielen lieben Dank für den Support. Ulu Lindenberg hat gerade für die Eintracht gesungen. Ja, also die Eintracht in der Baller League, die haben wir richtig einen aufgefahren, ne? Muss man sagen. Das ist echt krass, was die auf die Beine gestellt haben, da jede Woche. Oder nicht jede Woche, aber also immer öfter. Hm? Ja, Lee spielt halt Vollgas. Na gut, der spielt eigentlich nur im Mittelraum. Der verhindert halt, dass ich das Spiel spielen kann. Da zackt er. Jetzt war er eine Zeit lang nicht da, nehme ich an. Vielleicht können wir zu dritt oben was machen, wenn ich dazu komme. Aha. Da geht's schon, ne? Nice. Mitte Missing, hier. Ja, wieviel der Minute ist? Soll stark? Ich würde sagen, so 200 Stacks. Etwa. Ja, du brauchst ein paar Stacks, brauchst du schon, Aurelion. So richtig stark bist du erst ab 300, 400. Denke ich mir auch gerade, also glaube ich schon, er hatte keine 100% Winrate. 20-0 bin ich heute auf dem Top-Lane, also nicht heute, also wir sind 20-0 auf dem Top-Lane-Account gegangen, ja. 20-0. Jedes einzelne Game gewonnen. Richtig. Weil dann haben wir genug für Ryla, ist ready. Und da war ich, ist der die Seed jetzt, oder was? Ja, wo ist der? Und da war das denn? Wer ist sie? Der ist schon so lang weg jetzt. Okay, aber dachte, du hast mal gesagt, 19% sind wir auf Top, oder ab welchem Zeitpunkt 20-0? Ne, einfach die letzten, also, wir haben praktisch einen Winning-Streak von 20 in Folge, oder was? Also, wir haben 20 Games in Folge gewonnen, auf dem Top-Account. Ja, der Mittellner ist die Seed von denen. Der Wort ist schwieriger für ihn zu spotten. Ja, für den Ohm. Der wird bestimmt nicht reden. Das Problem ist, wenn er aufsattelt, killt er mich ein, oder? Und wir haben mal das Pausch. Mitte. Das ist jetzt natürlich sehr glücklich, weil das Game wäre fucking hart, sonst. Das ist echt sehr, sehr glücklich, dass der die Fuh hat. Ich meine, das ist auch so, ehrlicherweise, immer noch sehr, 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 sehr hart, das Game. Das Game darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber so haben wir zumindest eine gute Chance zu gewinnen. Bekommt man Stacks auf Aurelion Sol? Entweder, wenn du gegnerische Champions mit deinen Spells triffst. Das ist eine Möglichkeit, Stacks zu bekommen. Und die andere Möglichkeit ist, wenn du Minions hast. Zum Beispiel hier. Du clearest die Minions, und die sterben in deinem E. Dann kriegst du, wenn das E vorbei ist, für jeden Minion einen Stack. Ich habe gerade first time Silberrecht, ey. Glückwunsch dir. Sehr, sehr nice. Dranbleiben, Großer. 21 durch die DDoS. Nee, auf dem Account haben wir ja keinen 20er Winning String, sondern auf dem Top-Lane-Account. Ich kann gleich, ich ändere, ich weiß gar nicht, wie viele Wins haben wir denn nur heute bis jetzt? Hat es einer? Dann kann ich es nach dem Game schnell ändern. Ich meine, die sind nur zu third. Wenn die nicht zu third wären, wäre das echt hart, das Game. Nein, ich meine, die sind nur zu third. Nein, ich bin nicht mehr für das Game. Egal, wo er hingeht, das gibt es aber nicht. Come on, Bro. Stop the End. Siltyplay. Ja, dann kann er wieder hochgehen, wo er gegen niemanden landen muss. Der Hawaii ist wieder da, leider. Er ist in die falsche Richtung geflogen da. Okay, Mid-Turt jetzt auch noch bekommen. Nice. Nein, das ist so ein brokenes Item, right? Das ist sehr, sehr stark auf Aurelion, ja. Sehr, sehr, sehr stark. Das ist sehr cool. Ne. Wird im besten Fall einfach raus, wenn er kann. Ich weiß, schon sehr krasses Scaling auch hinten raus, also das... Dankeschön. Oh Leute, das sieht ja überhaupt nicht gut aus. Das gäbe jetzt mal wieder da, das sieht echt gar nicht gut aus. Alles brennt, ja. Wirklich alles brennt. Wir verlieren Botlane mit Aphelios Ash gegen Smolder, ey. Holy shit. Wie kann das passieren? Oh oh, oh oh, oh oh. Also, der Back-20-Back sitzt, ja. Wir glauben an Ash. Das sieht bis jetzt nicht gut aus für die Ash, muss ich sagen. Das sieht absolut nicht gut aus, ja. Was? I can win, 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 can win. Oh, das gibt so viele Stacks. Oh, das gab so viele Stacks, let's go. Ash ist super nervös. Ja, deswegen mag ich das nicht, wenn Leute mich Stream snipen, die dann im Stream oder so sind oder sich davon beeindruckend lassen. Der ist immer sehr, sehr unschön. So. Ja, der ist immer sehr, sehr, sehr unschön dann. Die Stacks gibt der Drachen-Quest, äh, ne Menge tatsächlich. Also, der Drachen-Quest ist richtig broken, wenn er gleich kommt. Zwischen Smulder und mir. Oder ist er schon da, der Drachen-Quest? Ne. Das, das ist sehr unangenehm, muss ich sagen. Das ist sehr unangenehm. Gehört der mit. Na gut, mal schauen, ob wir es trotzdem wohl können. Bald höher genug für Dings. Die Drachen-Quest, ja es gibt eine Quest zwischen Aurelion und Smulder, gibt's praktisch. Da. Es gibt eine Quest zwischen Aurelion und Smulder. Wenn der Hawaii nicht die Seed wäre, wäre das Game auf jeden Fall schon verloren. Da können wir vom Glück reden. Aber wie karrieren wir das jetzt? Wie karrieren wir das jetzt? Wo ist die Lux gerade? Äh, ich bin so strong, aber... Oh, Geiss. Ich hab's nicht erreicht. Die Mitte unterwegs, ja? Hier rein segeln, aber die werden bestimmt wissen haben, oder? Also der Dings macht grad den Drake. Der Lee. Wie viel Sticks ist Aurelion gut? Naja, wir sind jetzt mit 150, sind wir eigentlich schon relativ gut. Oder relativ stark, meine ich. Aber das ist keine Ahnung, also... Ah, Mann, ey. Ich weiß nicht, wie wir das holen sollen. Das ist halt die ganze Map-Brett. Die ganze Map brennt lichterloh, ey. Die haben halt so gute Stats jetzt, ne? Die haben so viel Gold. Die haben so gute Stats. Da wird's halt so unfassbar schwer, hier zu gewinnen. Oh, wichtig. Oh, schade. Wenn er da mit der Ult rankommt, ist so wichtig für uns. Ich könnte theoretisch hinter die TP'n. Ich glaub, wir sollten's tatsächlich probieren. Jetzt, wo der Klett nicht da ist, um ehrlich zu sein. Okay, nein. Na, ist der Drachen-Quest. Dragons-Roth. Das heißt, je nachdem, wer von uns den anderen killt, gibt's jetzt Stacks. Natürlich sehr viel leichter, die Stacks zu bekommen, wenn man im Winning Team ist, ne? Wie holen wir den Winning? Die Kabel haben sie auch noch. Ja, Mitte ist echt erstaunlich schwer zu climben, aktuell, find ich. Das fühlt sich bei dem Projekt bis jetzt tatsächlich, obwohl das ja meine Main-Rolle ist, fühlt sich's am schwersten an. Weil ich finde, Mitte wirkt so, als wärst du sehr abhängig gerade. Im Vergleich zu den, also noch abhängiger als auf Rot-Lane und auf Top-Lane. Muss echt sagen, das fühlt sich sehr schwer an, Mitte. Schön gemacht beim Sektor. Sehr, sehr nice. Wer ist Support? Na, Support hab ich nicht gespielt. Das ist nur von den Rollen, die ich jetzt gespielt hab. Auf keiner Rolle könnte ich halt, Jungle und Support könnte ich halt so rausnehmen als mit Laner. Und auf der kurzen Lane ist es sehr viel schwieriger, Advantages aufzubauen, als auf anderen Lanes. Jetzt find ich... Okay, und schauen, ob wir unten in Hawaii vielleicht klären wir uns zusammen mit Darius. Ich zieh. . Pow, bew, 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 bew. Scheiße, die sind alle hinter mir, ich bin auch tot, wenn ich hinter ihm rauskomme. Oh, das war so lucky, dass der Smolder da nicht den Kill kriegt. Das war so lucky, da hat er den Dragon Sword aktiviert sonst. Da hat er den Dragon Sword aktiviert. Wenn du Mitte zweiter Mal gegangen bist und behalten kannst du so halt wieder zurück zu... Mitte fühlt sich echt hart an zur Zeit. Das Gefühl habe ich jetzt schon eine ganze Weile, dass Mitte sehr schwierig ist. Weil du bist halt einfach... Keine Rolle... Ich meine, vielleicht artig, glaube ich, noch. Aber die anderen Rollen haben einfach nicht diese Abhängigkeit. Das genau macht die Quest. Die ist zwischen Smolder und Aurelion Sol und der Gewinner kriegt eine Menge Stacks einfach. Ich glaube irgendwie, das ist abhängig von den Stacks. Aber ich glaube mindestens 40 oder so. Das ist richtig stark, wenn du das bekommst. Du kriegst einfach 40 Stacks. Das kann nur richtig gameentscheidend sein. Ist Klett gut oder nur als OTP gerade? Ich glaube Klett ist nur als OTP gut, ehrlicherweise. Aber der ist ein sehr guter OTP-Gem seit langer Zeit. Ja, Mid-Assassins sind doch voll stark, oder? Also ich persönlich würde sagen, dass Midland in Solo-Quell aktuell nicht so stark ist. Ehrlicherweise. Ich habe auch gesagt, dassr E circle auf seine Sache gewinnen weh. Wir können mich auch noch chasen bis zum bitteren Ende, wir müssen ganz zurück gehen halt. Die kriegen den nächsten Drake, ich hab keine Ahnung wie wir das carryen sollen Leute, ich hab keine Ahnung, das ist echt, also es ist unglaublich rough, das Game. Das ist echt unglaublich kramisch. Ich glaub es gibt relativ wenige Midlaner aktuell in den Top 10, aber ich mein Top 10 ist halt immer so ein kleines Feld muss man auch sagen. Das kann sich auch immer sehr schnell ändern. Back 20 back into back 20 back, ich hoffe mal nicht, das wäre in Supergirl jetzt. Das ist für eine Elo, es ist High Diamond, das sagt. High Diamond. Wir haben fast unseren nächsten Meteor hier in meinen Händen. Oh mein Gott, diese Ash ist vor mir. Oh mein Gott. Warum hab ich den Jenner OTP auf Ash? Warum hat der den Ash gepickt? Was ist das denn? Was ist der denn? Was ist das denn? Ja, ich hab ich ihn nicht richtig gesehen. Ich hab ich ihn nicht gesehen. Na, er muss weg. Was soll ich hier machen, Profil? Ich hab keine Ruhe, ich bin 1HB. Noch hat niemand die Drachen, äh, die Dragons vor Ort bekommen. Ich mein, hier haben fast 300 Sticks, ne? Das ist schon ne Menge. Wir haben den Big Boy, äh, den Big Boy Meteor. Aber ob das reicht, um irgendwas zu machen? Keine Ahnung. Äh, 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 jetzt als nächstes gehen wir für was? Rabadon ist wahrscheinlich einfach, oder? Hm, 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 hm. Hm, das ist Action. Die werden halt, also wenn sie smart sind, können sie auch einfach für sie bespielen halt, ne? Mitten kommt ne Wave, in der Mitte kommt ne Wave. Ich kann mein E da reinwerfen in die Wave. Eheh, 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 eheh... Eheh, eheh, eheh... Er ist ja völlig krank... Ach, my God, alter. Ach, ha, 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 ha. уah... Okay. I need Belish. Also den Klingel ist huge. Haben wir verloren. Was hat der Klötze für Damage? Weil der Lee hat so gut gespielt. Der Lee hat so gut gespielt die Runde. Sind die Enten oder bin ich im Term daran zu verhindern? Ich bin schon nicht strong. Ich hab mich geroutet leider. Holy shit. Das erste Game auf Mitte direkt ein Loser. Ich finde Mitte ist echt rough zur Zeit. Jetzt wo ich Tomlane und Arde gespielt habe. Mitte fühlt sich so schwer an zu carryen. God damn. Da hab ich unser Team wieder alles versucht. Um nicht zu gewinnen. Da haben sie wirklich alles probiert. Na dann das nächste Game. Mitte oder Arinan? Mitte allgemein bin ich. Also Mitte allgemein. Ich meine, wenn du dir aktuell... Warte mal, schau mal. Top-Solo-Duo-Spieler. Oh. Du hast... Okay, das ist ein Jungler, ne? Naja, du hast Jungle. Was ist? Kaimetis. Jungle. Support. Jungle. Top. Dann hast du einen Midlaner. Das ist Caps. Dann hast du Support. Jungle. AD. Support. Ich weiß nicht, ob das ein Midlaner ist. Ist auch AD. Jungle. AD. AD. Support. AD. Top-Lane. Jungle. Mitte ist gefühlt fast gar nicht mehr vertreten. Das ist wieder ein Midlaner. Das ist crazy, ne? AD, Support und Jungle. Na, danke an Trinkbeerakti und Scharker. Viele lieben Dank für den Support. Nur willkommen, Leute. Und Merlo. Willkommen auch da. Grüß dich. Hast du schon mal Competitive gegen Power of Evil gespielt? Boah. Das weiß ich echt gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, als ich gut war, war der... Also, ich meine, kann ganz früher sein. Aber ich glaube, als ich gut war, war der in Amerika. Wenn ich mich nicht täusche. Na gar nicht, Viktor. Vielen lieben Dank für den Support. Schön, dass du da bist. 20... Ich weiß gar nicht, wie stehen wir denn gerade? Wie viele Wins haben wir denn auf dem anderen Account geholt? Lass mal kurz gucken. Also, wir haben auf dem Top-Lane-Account... Da bin ich die richtigen Stats im Chat ab. Wir haben geholt Wins. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir stehen 8-1 stehen wir gerade heute. Aber wir haben 20-0 auf dem Top-Lane-Account gerade. Which is nice. Very, very nice. Nicht-Viktor, Rubberdingi, Account zu und Ted Nova. Willkommen, Leute. Meteor, das Video ist schon fertig, Lycos. Das ist schon fertig. Was denkst du, sollte Riot denn enden oder mit Midland besser ist? Ich glaube, Midland ist competitive ziemlich gut. Du kannst auch einen Solo-Q mit Mitte carryen. Aber es fühlt sich sehr viel schwerer an als sonst. Äh, ich glaube, das Hauptproblem aktuell für Mitte ist, dass Support so broken ist. Also, Supports machen halt n... Also, deswegen... Ihr habt ja gerade gesehen, wie viele Supporter in Hilo sind gerade. Ne? Und das ist... Die Rolle ist einfach sehr overbuffed für diese Season. Weil die haben sie ja so ein bisschen reworked und das merkst du einfach. Mh-mh. Aber Poppy will nicht mal bei den Worlds, doch. Ja? Mh-mh. Mh-mh Hey, danke auch an Michy Gulix für den Support. Schön, dass du dabei bist. Macht das Back Twenty back geschafft, habe ich ja. Da ist er, weil ich kriege... Das sieht so beautiful aus. Da muss ich sagen, das... actually, das macht einen sehr glücklich, finde ich. Äh, hier. Schaut mal. Also da, hier da muss ich ganz ehrlich sagen kann man sogar auch mal, das ist sogar mal ein Twitter-Post wert Der Back20 Back ist schon eine Ansage Das ist aber so, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Midlane sich am schwersten anfühlt zu Climpen, obwohl ich die Rolle seit Season 2 Mane, ist schon rough Soll der Power of Evil dann nicht in der Prime League ziemlich smurfen? Der smurft auch ziemlich, also der ist sehr, sehr gut Allgemein würde ich sagen hat sich Eintracht sehr gefunden über die Playoffs Einfach mehr Metachems spielen Aurelion Sol ist legit der beste Midlaner auf dem Patch gerade Also, na, ist vielleicht übertrieben, aber der ist also Top 5, wisst ihr, der ist einer der Also der ist völlig crazy, der Champ Ja, wenn der Echo top spielt, können wir eine Runde Ionen hier spielen, würde ich sagen Aber du musst dir noch ein bisschen üben, oder? Ne, weißt du, das ist ja genau, was ich meine Zum Beispiel in dem Game gerade eben Was machst du da? Ich finde, du kannst auf Midlane, wie kannst du, du spielst gegen einen Control Mage Der allen Tempo aus dem Spiel nimmt Und den du nicht killen kannst, weil er jede Wave one hätte Und dann verliert dein Team Und du wirst gekämmt Ich, ich verstehe Ich weiß nicht, wie du gewinnst In diesem Game, ich weiß letztendlich nicht, wie du gewinnst Das fühlt sich, also es hat sich Noch nie so schwer angefühlt in der Mitte Klar, wenn du diese, diese Bruiser Und Assassinen spielst, dann kannst du Win Conditions erarbeiten Aber es gibt, also in der Mitte gibt es sehr viele Frustrierende Szenarien aktuell, finde ich So Cutdown Oh, Cutdown ist sehr gut hier, ja, das riecht Ne, Last Sand ist echt viel besser Last Sand ist besser Bist du trotzdem zufrieden mit eurem Split? Ähm Also, ich meine, ich war sehr zufrieden mit unserem Split Aber dieser Loose tut halt so weh, ne? Weil jetzt dieser Loose bedeutet praktisch Es ist egal, ob wir Dritter oder Achter geworden sind Du hast einfach so viel Hoffnung gehabt Dadurch, dass du so viel Hoffnung hast Hat sich der Schmerz noch härter angefühlt Diese Season Finde ich Das Ziel da nicht zu erreichen Hast du die 20-0 auf dem Top-Land-Account geschafft? Hab ich, ja 20-0 auf dem Top-Land-Account habe ich geschafft Willkommen zu Sender's Rind Dann mal das hier Dann das, das, das Ja, jetzt gucken wir, was wir hier machen können Hey, das Kuhschwein Titan Vielen lieben Dank euch, Leute Schön, dass ihr da seid Warum bist du auf Aurelion Sol? Warum E-Max Second? Ähm Ja, das hat damit zufrieden Als ich nachgeguckt hatte Hat das eine heile OTP Hat halt E-Second gemerkt Aber vielleicht ist es mittlerweile anders Das ist jetzt schon ein paar Patches her Ich hab das einfach wie halt vor ein paar Patches gemacht Lange 1 N.A. ist Mitte Naja, nein, ich sag ja Du kannst auf Mitte schon climb Aber Also ich weiß nicht Wer von euch ist denn Midlaner? Also Wahrscheinlich hab ich ja ne Menge Midlaner hier Ich finde Mitte hat sich noch nie so schwach angefühlt Wie diese Season Das ist Natürlich bedeutet das nicht Also wenn ich sage So schwach wie diese Season Ich mein Mitte war lange lange Zeit broken Wisst ihr ja Und trotzdem ist Mitte immer noch sehr sehr wichtig Keine Frage Aber Mittes Ich finde Mittes Rolle hat sich ein bisschen verändert Ich finde ganz oft geht es nur noch darum Dass du Lane Control hast Und deinen Jungler unterstützen kannst Super häufig Und natürlich bist du im Late Game trotzdem noch sehr stark Und natürlich kannst du Games Carrying als Midlaner Aber ich finde Also ich finde schon Dass Mitte ein bisschen mehr struggelt als sonst Ich finde zum Beispiel auch Dass Toplaner Dich einfach super häufig Stat checken können Als Midlaner Ohne dass du P-Counterplay hast Nice Welche Land Carried am häufigsten Ja aktuell auf jeden Fall Botlan Also 100% Botlan Botlan ist sehr 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 overtuned gerade In Hilo Also beide zusammen Offensichtlich Aber Botlan ist sehr 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 strong Da gibt es überhaupt kein Vertruhen Nach wie vor ist halt In Solo-Q-Jungle sehr sehr stark Aber also Hand aufs Herz Du kannst mit jeder Rolle Zurzeit climben Das würde ich auch Ehrlicherweise sagen Ich glaube nicht Dass da rollenabhängig ist Ob du climbst oder nicht Aber das hängt halt schon sehr viel damit Also einfach mit dem eigenen Können zusammen Ich glaube die Rollen sind sehr nah beieinander Ich habe versucht zu predikten Dass sie hinter mich hüpft Und sie jetzt auch hinter mich gehört Schade Aber Reset Die hat auch gar nicht Ignite dabei So nah beieinander waren sie schon lange nicht Ja Naja ich denke Ich denke es ist sehr fair Das Game eigentlich Gerade für jede Rolle Ich finde ein großes Problem Das ich als Spieler habe Ist dass mein Playstyle Sehr 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 Also meine Art Mitte zu spielen Wurde sehr hart genervt Über die letzten Jahre Und du musst Mitte jetzt eigentlich anders spielen Aber ich bin zu Also ich Ich fühle mir schwer zu adaptieren Was ich eigentlich müsste Du musst irgendwie Du musst viel mehr Mitte als Team Fürs Team spielen Und darfst nicht immer versuchen Der Main Character selber zu sein Und ich bin halt immer so ein Ich bin Mitte Ich bin sehr stationär Und ich fahre mich dann ewig hoch Und dann übernehme ich Charakter gewesen Kannst du bitte deine Ult wieder benutzen Warum hat er denn seine Ult so lange nicht reaktiviert Was war das? Dann ist er nicht über die Watt gegangen Sondern in die Kiala reingedasht Das ist aber sechs Ich kann mal auf Schade Gute Kombo von er Ich meine natürlich Wäre sehr wichtig gewesen Da die Doppelbombe zu treffen Dann wäre ich wahrscheinlich Flischen können Zwischendem Die Kiana hat jetzt vier Kills leider Das heißt Die wird ein großes Problem hier Hier wird ein ganz Ein großes Problem Schon wieder Das ist aber was ich meine Wir haben jetzt die Lane gespielt Dann wirst du Dann wirst du Drei Mann gankt Dann bist du low Dann passiert noch so eine Situation Und jetzt Oder Er kriegt random Kills Oder random Rumped Was machst du jetzt als Midlaner? Wie kommst du jetzt zurück? Wieso ist das Game spielen? Ich werde jetzt den Rest des Games Werde ich einfach gewundert werden So Ich finde es echt problematisch Zur Zeit Zu spielen Komm mal Das kann ganz gut sein Für uns Pretty good Pretty good Zeri kommt Komm mal Oh nein Clementine Okay Let's go Let's go Okay Fuck Mm-hmm Jetzt kann ich hier reinpushen, der geht ja schon gut, der ist gerade gestorben, während ich Frontline-Room war. Ich habe leider nur einen Assist bekommen, aber wir haben mir zumindest unsere Talia gerettet. That's something. It's not much, but it's almost worked. Twitch it. Okay. Na, das kann dann auch, die müssen noch gut in den Meter passen, tun sie ja. Aber auch mit den Champions, das ist einfach, Mitte ist so anfällig zurzeit, das ist so blöd. Ach, vielleicht wird's ja auch noch besser, na, ganz ruhig. Nein, wie kann ich den nicht treffen, Bro? Was ist die Kiana? Ah, dass ich das dritte Kuda nicht treffe, das ist natürlich sehr wert. Das ist natürlich sehr wert, Leute. Hau. Kuda. Hä? Hä? Ein Auto, please. Okay. Alles ist easy, alles ist easy. Jetzt sehen wir auch noch. Ich nehme die noch, Tiga. Thunderstorm. Shutdown. Oh my God, please. Please. Okay. Porten und reinpushen direkt. Er steht leider sehr schlecht für uns. Also er hat leider auch TP ab. Spät echt gut, die Kiana, äh. Spät ist leider verdammt gut sogar. Boah, ist das lässig. Er hat auch nicht schick. Die Sanna hat die los. Mein Gott, ey. Äh. Wo hast du denn nie den Meta-Bild mit Blade auf Yon? Ich dachte ehrlicherweise, dass der Meta-Bild Krakenslayer ist auf Yon. Um ehrlich zu sein. Ich dachte, ich dachte ehrlicherweise, ich baue den Meta-Bild. Welches Level ist die Kiana? Würde mich super interessieren. Die spielen echt krass. Das ist die Kiana. das ist es ist aktuell aber normal du kannst das support machen und das ist genau eins der großen pain punkte bin ich bin mit laner gerade das ist einfach die die lehnen halt einfach vier leute mit ich meine mein team ist ja auch viel mitte und wir sind ja auch stark und wir kriegen ja wenn man besser spielen könnte würde man da aber auch mehr kommen das aus dem chip den ich gern ein bisschen üben würde johann vielleicht mal heute noch ein paar games mit er ist echt gut er ist sehr gut das ist doch genau was ich gerade gesagt habe aber das ist einfach so eine komplette jetzt oder eine lebe ist eine lebe ist wie gott und ist besser auf problem ich glaube ich ohne ist auch mit der fein leute die meinion ist also mein johann ist einfach nicht gut so das ist ich versuche ja aktuell so ein bisschen die die meter gems zu lernen und es sind also champions zurzeit wie million wie kiana harley aurelion sol hawaii mittlerweile ist viktor ist auch wieder ein bisschen besser jetzt ich glaube viktor kann man auch wieder spielen da läuft das schon wieder rein der kollege da läuft das schon wieder rein ich habe sehr spaß an dem projekt bis jetzt muss ich ehrlich sagen vor allem an toplan und adi ich muss sagen bitte ist meine von denen von den rollen meine unbeliebteste gerade ich habe an adi ultra spaß weil ich merke wie schlecht ich bin und da fühlt sich so nach potenzial an ich finde toplan fühlt sich an wie mitte von früher und ist ultra stark macht super spaß keine ahnung mitte ist einfach jedes game hier vier mann vier gegen vier fiesta und wenn du wenn du halt in deinem film die schlechteren bausteine sind fühlt sich das fucking an playable an das game also muss ich ganz ehrlich sagen also meine meine lieblingsrollen auf jeden fall top lane fühlt sich wie die alte mitte an irgendwie und da ist einfach nice zu spielen was ist die jungle meter aktuell boah lee wai wuli bär in hilo irgendwie solche sachen sollten aufpassen top lane ist trotzdem am schwierigsten challenger zu hätten das glaube ich auch ich glaube top lane wird sobald wir gegen halt wirklich gute top laner spielen die sehr gut lehnen können das glaube ich sehr hart da stimme ich dir voll und ganz zu das ist dasselbe auf ad da werde ich auch richtig auf die fresse fliegen ab einem gewissen punkt und ich weiß es aber ich habe bock also ich habe tatsächlich super bock diese rollen besser zu lernen und ein bisschen zu vertiefen und hoffentlich finden wir einen playstyle mit dem wir erfolgreich sein können auf den rollen das wäre auch mal vorsichtig maute lust dahinter der arius rohmt rein rennen ist das schief rennen wer dagegen boss spielen muss naja gut den werden wir erst nur in master treffen den kollegen oder hat baust wieder eine von seinen ultra hat war und dann ist der easy changer der können zu track der wenn er will das zu beeindrucken man kann ich bitte das game spielen das ist so krass gegen tolkien wird auch hart auf jeden fall also gegen tolkien spielen ich meine ich hätte ich hatte einen relativ guten track record gegen ihn aber halt nur mit gp und dann in winning teams der tolkien ist schon sehr krass ich glaube wenn ich gegen den seinen art rox oder so ran muss kriege ich so aufs fressbrett der wartet sehr gut auf top ja ich glaube auch so ab mid to high master wird sehr schwer auf top land und auch auf ad da stimme ich dir voll zu danke an silent und der honey bad joe willkommen aber jetzt sind wir top lane jetzt kann mid lane spaß machen let's fucking go gegen seine kamille ich glaube ich bin jetzt ich glaube das ist völlig broken ein oder irgendwo mehr gebraucht werden ich muss das war überhaupt nicht gut ja wo ich ein bisschen gehopst von der serie gut gespinkst von hier mr shiny duck eri jetzt haben die auch super viel bounties gekriegt und den drake gekriegt oh oh leute der hook ja war ein bisschen großzügig gedacht auf jeden fall ja warum trollen wir den komplett so einer guten position müssen einfach nur talia legen für was steht u7 chat ich bin ratlos das ist praktisch ein emote dafür brauchst du seven tv um das zu sehen und das ist ein salut emote praktisch also so ein salutierendes emote das heißt das sagst du zum beispiel zum abschied kannst du salutieren mh 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 so so sie die 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 das38 blockbar Okay. die mauer weg nein nein Spannende. Ich kann wahrscheinlich den Tier 2 nehmen, ja? Mit dem Go. Ich habe eine Menge gute Shutdowns, die ihr gekriegt. Und ein Tier 2 Tirt oben drauf. Ich glaube, im besten Fall gehe ich jetzt runter, weil ich die B-Norm habe. Und die Frage, was man jetzt hier bauen sollte. Hm, ich habe keine Ahnung, was man jetzt hier baut. Was, Sheepo? Das macht jetzt natürlich nicht viel Sinn, ehrlicherweise, weil ich hier eine Chain West gekauft habe. Sheepo sollte schon nice sein. Hey, danke an Finofia, Drogdan, Territor, Mr. Marco. Also, ich würde sagen, wir bauen jetzt. Was bauen wir denn jetzt hier? Death Dance? Nee. Wir haben schon sehr viel Physical Damage, die Gegner, ne? Mega Physical Damage. GA vielleicht? Ist die GA eigentlich für uns? Ich glaube, Ice Spawn ist echt schön gut, ja. Ich glaube, Ice Spawn ist echt schön eine richtig gute Idee. Ice Spawn Jack Show vielleicht. Ich glaube, Ice Spawn Jack Show bringt sehr, sehr gut. Ich kann hier denn Dings machen. Ich habe gesehen, dass ein neuer PvE-Mode kommt. Ja, haben wir angeschaut vorhin, on-stream. Wie geht es deiner Stimme? Ich glaube, man hört es. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Aber es ist sehr, sehr viel besser dieses Mal. Also, sehr, 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 sehr viel besser. Ich kann wieder relativ normal reden. Ich finde, alles funktioniert eigentlich ganz gut. Mal schauen, ob wir hier mit rein können. Solo oder Multiplink? Beides. Aber es soll halt modisch sein mit Replay Value. Ich bin immer noch ein paar Mal. Ich bin immer noch ein paar. What do you mean, bro? I mean... What? Na, dieses ist nicht sehr äh... Dieses ist, I think, looking a little bit strange, to be honest. Dieses Account ist looking a bit strange. So... Vielleicht wollen wir direkt die Aktion. Hm, warum haben die nicht angegriffen? Die haben Zylian-Ulti ganz knapp mistimed. Ansonsten wäre der Freitenabschuss Desaster gewesen. Ich hätte da fast noch aufräumen können. Was ist passiert? Das war sehr gutes Spacing von ihr. Auf jeden Fall. Das muss nicht bedeuten, dass sie es scriptet. Auf gar keinen Fall. Das kann auch ein sehr guter Smurf sein, zum Beispiel. Da müsste irgendein Low-Level-Account sein. Aber ich sag mal so, es sieht zumindestens... Es sieht zumindestens ein wenig komisch aus, wie der das spielt. Bis jetzt, dieses Game. Udius, hm? Können wir nicht... So, Flash-Ult-Serie ist satt. Hm, also quasi spielt bisschen Sus. Ja, das ist relativ wahrscheinlich ein Scripter. Bei Ceri ist der beliebteste Script-Champion aktuell. Das muss natürlich trotzdem nicht bedeuten, dass es ein Scripter ist bisher. Das ist sehr... Also, Scripter sind sehr schwierig. Hm. Hm. Dieser Kali. Hm. Nice. Und jetzt... Den auch noch irgendwie Outplan. Schöner Slow. Nope. Hm, hm. 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 Und? Hm. Kindergeschneid. Kindergeschneid. sehr krass muss ich sagen ja alter man ist das niveau in dem game gefühlt sehr hoch oder ich bin mir sehr sicher dass die script wird so komisch aus wie die sich bewegt muss ich sagen von den inges getroffen zu werden kommt halt sehr darauf an wie sie die wirft da es gibt natürlich die möglichkeit ist so zu werfen dass es nicht wirklich dort spaß muss nicht sein muss natürlich immer nicht sein er spielt auf jeden fall sehr gut dann wie gewinnen wir dieses game er spielt viel besser die jetzt spielt auch sehr sehr gut ja der bummschnipper nicht sterben und dabei das sieht auch sehr gefährlich aus ich putsch einfach durch würde ich sagen mehr von denen kann unten sein tiana niemand wusch einfach durch wusch einfach durch nice nicht reden die könnten natürlich auf mich rotieren die gegner die kommen zu mir also ich muss raus die leute hier sind alles so clean ich weiß nicht die kianer auch what the fuck die sind so clean alle das ist normal das soll nicht normales diamond level auf top lane habe ich da ganz andere sachen gesehen die kianer spielt sehr krass die kianer spielt sehr krass die kianer spielt sehr krass oh mein Gott warum gehen wir denn wieder vv5 rein die kianer spielt auch richtig kranked by the way in die es dasâu um hier haben wir euch raus hier Also ich habe keine Ahnung, was hier in dem Game los ist. Für mich, das sieht absolut alles nicht normal aus, muss ich auch sagen. Das sieht absolut nicht normal aus, was in dem Game passiert. Diese Leute sind völlig cracked. Das können doch keine Diamond-Spieler sein. Dann haben wir einen Nationalmann hier. Alles Cheaten. Ja, ne, aber... Also da ist schon... Der Level-Unterschied gerade fühlt sich sehr, sehr komisch an, muss ich sagen. Also Terechito ist ein Gears. Nein, die spielt so komisch. Wisst ihr, das ist, warum ich sage, das ist ein Scripter. Weil die spielt extrem dumm und dann extrem gut. Das ist einfach so, die hat keine Konstanz in ihrem Gameplay. Und das ist halt normalerweise kein gutes Zeichen. Also das war... Warum bin ich hier? What the fuck am I doing? Das ist kein gutes Zeichen, dass da ein Mensch ist. Die Ash spielt auch ultra komisch, finde ich. Die ist auch richtig strange, die Ash. FAMISTE GONISTE seht ihr wie die vorburg und auto attack werden sie mein cooler der steckt hat ist doch so gut dass das so richtig ist also das ist so sass in der serie scripter jetzt es gibt also serie ist der meistgescriptete champ aktuell auf jeden fall ich koste ich auch kam ja ich bin ich bin mir sehr sicher dass das ist die serie schauen wir mal okay wir stehen 10 10 10 wenn jetzt jasso und jon korrekt funktionieren sollte ich jetzt so stark sein wie überhaupt möglich ich sollte jetzt unfassbar stark sein auch zum beispiel dass die immer automatisch ihre old rockt auch wenn nur eine person da ist das hat sie bei mir auch ich war 100 prozent tot sie hat trotzdem geultet oben das ist auch sowas warum spielt jemand so gut mechanisch und ultet immer ein target in 100-prozent-situation wir sind leider wieder isoliert gestorben wenn die felix vielen lieben dank für den support hier ein tag ist gut genug ja klar du kannst natürlich immer ein tag und das ist nicht was ich meine ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob ich irgendwas noch kaufen kann, was mich stärker macht. Ich glaube, das ist basically it, right? Guck mal, nicht, dass wir enden können, ja? Die Ash ist auch sass, ja, die Ash ist auch sass, ja. Ich hatte uns auch einen Scripter. Ich glaube, in dem Game sind legit zwei Scripter. Die Ash ist, glaube ich, auch einer. Ohne Scheiße, ich glaube, wir sind zwei Scripter in dem Game. Die Ash und die Serie. Das ist halt schon sehr natürlich, ne? Da von der Ult getroffen zu werden ist natürlich... Also wenn sie da Scripter würde, dann müsste sie von der Spacebar gekommen sein, weil das kann sie eigentlich... Der Scripter würde das immer dodgen. Oder nicht? Ja, da müsste sie togglen. Das ist alles... Also dieses Game ist so strange, Leute. Es tut mir leid, ne? Das ist so strange, dieses Game. Ich weiß nicht, was hier passiert, ey. Also diese Articaries waren beide... Die waren so sass, beide, die Articaries. Ich hätte den Cylian Unna sollen, der war sehr, sehr stark. Promoted to Diamond 3. Okay. Was ist das für ein Account? Level 200, unranked. Ash und Cere? Ne, nur Ash. Davor Kogma, Twitch, Xerat, aber in Arams. 1.15. Also, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Ich reporte die beiden, ne? Es ist nicht 100%, aber Riot soll sich das bitte mal anschauen. Das ist... Also die zwei sind echt ultra komisch. Die zwei. Level 45 Account mit Ribbon als Hintergrund. Ja, das sieht... Sieht schon sehr natürlich aus hier alles, ne? Es sind auch keine Champions, wo man jetzt unbedingt Scripting vermuten würde. Ja, der Ash-Account ist gekauft oder halt diese gejoinkt? Das machen ja Scripter sehr gerne. Also, dass praktisch sie auf Accounts spielen, wo andere schon gespielt haben, damit es keine gebotteten Accounts sind und sie langsamer gebannt werden. Ich weiß nicht, was du hast. Muss jeder gleich scripten. Du ist, also... Weißt du, wir haben aktuell eine große Scripter-Problematik und das... Also, wenn du das Game viel spielst, es gibt einfach gewisse Movement-Sachen, die nicht menschlich sind, weißt du? Müssen die Leute scripten? Nein, aber wenn du tausende von Stunden gespielt hast wie ich, ist es schon relativ auffällig, sag ich mal. Danke an Teddy! Vielen lieben Dank für den Support! Ja, schön, dass du mit dabei bist! Wir wollen ein Replay. Was wollt ihr denn sehen für ein Replay? Wir können uns gerne einen Teamfighter oder so anschauen. Von der Ash und der Serie. Also, ich... Wie gesagt, ich meine, das könnt ihr mir glauben oder nicht, aber... Also, ihr seht ja auch SNK mal im Chat, der ist ja auch... Also, ein Challenger-Spieler. Und der sagt auch, dass da irgendwas nicht stimmt. Da könnt ihr uns jetzt entweder vertrauen oder halt nicht, ne? Aber ich... Ich kann euch nur sagen, dass da sehr, sehr sasses Movement ist. Das ist alles, was ich sagen kann. Es ist sehr, sehr sasses Movement. So, wo war dieser Teamfighter in der Mitte mit der Ash? Was ist eine gute Minute, um das anzuschauen? Ne, aber bei der Gigasass, wer was anderes sagt, hat nicht so viel Ahnung. Ja, das würde ich unterstreichen. Okay. I am DJ, M2 und Highflow willkommen. Einen traumhaften Wünsche. So. Ja. Der hat einen Outdoor-Attack geflasht und dann ist Q getankt. Warum hat der den Outdoor-Attack geflasht? Ja. 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 Seht ihr zum Beispiel da? Habt ihr gesehen, wie als die Vision verloren hat, ist sie in keine Richtung gelaufen, sondern auf der Stelle stehen geblieben? Das ist sowas, das ist sehr unmenschlich. Weil du müsstest praktisch in dem Moment S drücken. Das ist halt sowas. Kann das sein? Na klar kann das sein. Aber das ist halt sehr unnatürlich. Zum Beispiel da, dass sie vom Kuh gedroht. Das ist zum Beispiel sehr natürlich. Da wurde sie gerade einfach von allem gehittet. Und das waren Max-Range-Spells. Das Problem ist halt, dass du mittlerweile kannst du nicht mehr sagen, ob jemand scriptet oder nicht von einzelnen, also weil diese Scripts haben sich ja auch weiterentwickelt. Das heißt, du hast sehr viele Leute, die toggeln und die sind nicht dauerhaft an und da ist auch ein bisschen Varianz. Das ist zum Beispiel in Shootern ganz schlimm. Weil zum Beispiel Aim-Bots in Shootern nicht mehr instant auf den Kopf schießen in der Regel. Sondern die meisten Aim-Bots in Shootern, die schießen dann erst so mit einem dritten Schuss. Die locken so langsam auf den Kopf. Ja, das war sehr komisch. Das war sehr komisch, aber danach ist die in zwei Fels reingelaufen. Das ist alles so komisch. Das ist der Triple-Kill, den kennen wir schon. Was haben wir hier? Ja. Ich will es auch nicht sehen. mal Dota. Ich hab schon mal Dota Onstream gespielt. Die Luke Community ketzt es allgemein nicht ganz so sehr, wenn man Dota spielt. Also dieses Game war so strange. Ich muss einfach, ich kann es nicht anders sagen. Dieses Game war so strange. Das heißt ja, wo hatten wir denn hier noch, hier gibt es noch so ein Fight. Ich meine, das ist wirklich nicht 100%. Da sind auch relativ offensichtliche Skillschats, die teilweise treffen. Das ist so komisch, das Game. Weil also beide von diesen Articaries sind in Segmenten des Games, also wenn es so um Orb-Walking geht zum Beispiel, sind die unfassbar gut. Aber dann wiederum bringen sie sich in sehr schlechte Situationen und Positionen. Und es wirkt so, als würden sie nicht richtig nachdenken, was sie machen. Zum Beispiel das halt, das sieht alles, also ehrlicherweise, das sieht alles sehr natürlich aus in vielen Situationen. Wo war denn der Ion Triple? Hier. Hören wir uns den nochmal an. Machen wir die Zeri her. Das ist echt sehr natürlich, ne? Jetzt bin ich selber verunsichert. Die tanken zu viele Spells. Aber warum Upwalken die so gut? Warum bewegen sich die so gut? Ich meine, das soll sich Riot mal anschauen. Die können dann besser sehen. Da kannst du auch gut Skills dodgen, aber null Makro haben? Selten. Das ist actually, jetzt bin ich selber nicht mehr sicher. Irgendwie sah es irgendwie schlimmer aus als jetzt. Ja, das denkt man sich aber häufig, wenn man dann in Stinks geht ins Replay. Warum bin ich Top-Lane? Ey, oi. Ich habe heute schon genug Top-Lane gespielt. Ne, ne, ne. Skripten nicht? Ja, kann schon sein. Ich glaube, ich würde ehrlicherweise sogar so weit gehen. Ich glaube, die Ash war sasser als die, als die Dings. Als die Zeri, ehrlicherweise. Allgemein wird mich mal interessiert, wie viele Smurfs waren dort in dem Game gerade. Okay, also die Ash ist ein Smurf auf einem gekauften Account. Das ist kein Smurf. Das ist ein Smurf. Das ist ein Smurf. Die Zeri. Das ist kein... Level 41, vier Smurfs, fünf Smurfs, sechs Smurfs, sieben mit mehr. Sieben neue Accounts, haben es gekauften Accounts oder geboten Accounts waren in dem Game. Deswegen hat sich das so komisch angefühlt, ne. Hm. Das ist, also, ich bin wahnsinnig verwirrt, aber wir haben jetzt eine schöne Runde Top-Lane, ne. Da kann uns nichts passieren. Die Skripte sind so weit weg. Die Skripte sind so weit weg, Leute. Wir sind völlig fein auf der Top-Lane. Die können uns überhaupt gar nichts, können die uns. Ja, schaut jetzt mal richtig schön, was wir hier machen. Spielen wir den Jacks an hier? Jo, ne, wir brauchen einen AP-Top. Wie wär's denn mal mit der guten Top-Lane-O-Pyre hier? Ah, jetzt wird die Insel, das Inselkönigreich bespielt auf der Top-Lane. Das wird klasse, wird das. Das gute alte Inselkönigreich. Hm, hm. Oh, danke dir, Atomix. Freut mich sehr. Crime-Malter, Mouse-Warrior. Vielen lieben Dank für den Support. Ich halte gerne Rumble mal wieder sehen. Rumble wär auch viel besser gewesen als Cassio. Warum hast du das nicht gerade eben schon geschrieben? Das wär auch der bessere Pick gewesen, du Schelm. Skin, bitte. Alles klar. Wir ziehen den, was, hier, der große Hut. Der wird's richten. Danke an Pitilu für den Support. Willkommen. Zählen die auch nur die billigsten... Ach, Leute, das ist... Ich mein, man wird auch ein bisschen paranoid. Ich glaub, dasselbe hat man bei CS und Valorant und bei diesen Tactical Shootern. Weil es gibt halt mittlerweile so viele Skripte in League, ne? Leider. Muss man einfach sagen, leider. Es gibt so viele Skripte. Das ist komplett normal geworden. Und gerade bei Ceri, da gehen immer alle Alarmglocken wieder an. Suchti-Murti und Frosch Willkommen. Warum wird der neue Skarner nicht gewinnt? Dachte, der wäre so stark. Er sagt, der ist stark. Wat? Ey, was? Der ist doch nicht stark. Der hat irgendwie 38% Winrage oder so. Ich glaub, auf Top-Lane hat er aber Potenzial. Ich weiß nicht, ob Jungle... Danke an Kingkiller und Bexys ist mit dabei. In meiner Elo kann ich mir sehr sicher sein, dass keiner scriptet. Eben nicht. Es gibt gerade in Low-Elo gibt's viel mehr Skripte, aber Skripten ist schwer zu erkennen. Für das ungeübte Auge. Ja, aktuell ist es so, dass du... PCS ist so Cheater-verseucht, dass du's gar nicht mehr spielen kannst auf hohem Level wohl. Weil jetzt gibt's so einen neuen Cheat für Prime-Matchmaking. Das muss richtig schlimm sein. Jetzt haben sie... Sie haben irgendwie gepostet. Riesentriumph. Super neue... Riesige Spielerzahlen. Und das ist aber wohl so, dass... Also CS auch ein riesiges Bot-Problem hat. Also, dass irgendwie die ganzen Lobbys geflutet werden von Bot-Accounts und so weiter. Das muss richtig abgehen bei CS gerade. Ja, jetzt wird allgemein... Warum cheaten mehr Leute als früher? Da würde mich sehr interessieren. Wer bist du denn? Ich dachte, da kommt jetzt ein John. Warum ist da eine... der cs soll wohl so schlimm sein dass jetzt irgendwie in premier irgendwie jetzt jeder depp schieten und deswegen kann man das jetzt gar man soll das aktuell gar nicht mehr spielen weil das so schlimm ist jetzt irgendwie du musst nur eine line einfügen dann hast du ein map was immer das bedeutet auf twitter gelesen aber was bedeutet das eine line einfügen über gegen johann gespielt das gegen den der konsole aber so leicht kann man nicht sein oder der konsole ein dings eingeben ganz die schlange beißt zu doch das stimmt du musst es in der konsole eine linie rein nein 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 das kann wieder ernst sein das kann niemals stimmen das wäre komplett broken machen wir den undertaker an hier hey danke an disperion viel lieben dank für den sofort weil wir so mit der clowns nase aber warum cheaten denn so viele spieler du hast doch gar nichts in so einem spiel oder das ist ja ein riesen problem über alle spiel weg wie habe ich da zwei worte auf einmal gesetzt oh no jetzt bin ich der cheater oh no they caught me now boys wasser das ernst hab ja klar aber warum macht man das ich verstehe da aber nicht ehrlich ein gutes movement die ari einmal haben wir sie böse erwischt aber sozusagen spielt die sehr sauber bis jetzt der undertaker da habe ich noch wrestling geschaut damals das waren zeiten der gott im undertaker stop with the movement boy spieler jr schnapp das band blacke 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 Okay welches Level ist im Magi Hashtag Never, wenn ich fragen darf. Das ist schon wieder sehr, 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 sehr sicher. Kein normaler Diamond-Spieler. Oh fuck, wie beautiful der All-End, auch wenn sie gestorben wird. Mechanisch. Ist ja so verwirrtet alles in League aktuell. Es ist so verwirrtet alles. Oh Gott, ey. Ja, Streamlaked, hab keinen Sound mehr. Das müsste aber ein Twitch-Problem sein. Bei mir geht alles tatsächlich. Geht alles besser? Ja, hoffe ich so. Also bei meinem Ende scheint alles zu funktionieren. Vielleicht ist Katja später sehr gut gegen Ari mit unserem Miasma. Kann sich nicht mehr bewegen. Leider steht unsere Botlane bereits 0-4-0 nach sieben Minuten. Job Mitte. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. L79. Aha. An ally has been slain. Many wars beginn with a whisper. Nice. Hat ihr ganzes Mana ausgegeben da, ne? Wollte nicht weghulten, deswegen nicht auf ihren Mana-Haushalt geachtet. Ich kann Doren. Oh nein. Nein, er hat Ultimo. Oh, my bad. Oh, das wär möglich gewesen. Wenn wir immer, wenn wir immer, wenn wir immer. Er hat Mitte gehultet beim Fight davor. Oh, aber vielleicht hat er auch, ne? Kann ja einfach wieder abgewiesen sein. Schade. Ja, wir LOL-Matches hatten wir schon in seiner Karriere gespielt. Ja, so 3.000 bis 4.000 pro Season kannst du dir ausrechnen, ungefähr. Ja, das gibt ja jetzt schon ein paar Seasons. Das Level ist tatsächlich meistens wichtiger. Und nicht die Divin-Racial. Weil die meisten, also tatsächlich ist es so, dass die meisten halt auf ihren Secondary-Accounts oder Förder-Accounts, dass sie halt wollen, aber theoretisch stark sein könnten. Ist ja jemals auch immer mit LOL. Irgendwann bestimmt. Aber noch nicht in diesem Jahr. Ich habe noch ein paar League of Legends in mir, meine Freunde. Oh, das ist potenziell huge. Das ist ja doch kein Ult, ne? Wer ist er? Wir können versuchen aus dem Busch zu cheesen vielleicht. Also insgesamt mehr als drei. Knapp mehr als drei, ja. Oh, oh. Ich hätte kein Wort da, der das prediktet. Ich hätte das prediktet, dass ich da drin bin. You died. Was ist eigentlich gerade für wilde Musik, ja? Du, 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 du. Das war vielleicht 1 out of 4. Könntest du mich hören? Uh, das ist sehr knapp. Ja, das war leider gut gecurved von ihr. Ich habe die Platte, glaube ich, auch ganz knapp verloren da. Was ist eigentlich aus Ellen Obo geworden? Äh, die Damen sind zu unterschiedlichen Teams gegangen. Weil wir hatten nicht die finanziellen Möglichkeiten, das Team weiter zu halten, weißt du? Oder beziehungsweise, also, was heißt, das Team war ja, ne? Das Team war ja praktisch kostenlos. Aber natürlich müssen die Damen mit ihrem, mit ihrem Gameplay Geld verdienen. Und das konnten wir uns nicht leisten, so. Aber die, die spielen jetzt alle irgendwo verstreut. Manche noch zusammen, aber spielen jetzt praktisch alle Primely untereinander. Ja, das Game ist sehr hart, ja? Aber es ist winnable auf jeden Fall. Äh. Lasst es sind alles zu ne 곡en. Kann man von dem Geld aus der Public überhaupt leben? Ja, klar, sogar sehr gut Was heißt sehr gut, sogar gut Es kommt ja drauf an, was für dich ein solides Gehalt ist Ich muss gerade ehrlich sagen, ich spiele gerade ein bisschen unsauber Das gefällt mir irgendwie gar nicht, ja Wir haben einen guten Tag an sich, aber es ist wirklich unsauber hier Und gibt es da eigentlich Geschlechtertrennung? Isto, da gibt es ja keine biologischen Vorteile, oder? Viele sehen da Parallelen zum Schach Tatsächlich Und da gibt es halt kulturelle Unterschiede In der Akzeptanz Fischen Männern und Frauen Dass sie sehr intensiv einem Hobby nachgehen Das ist einer von den tatsächlich ganz großen Punkten Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Förderungen zwischen den Geschlechtern Schön, schön, schön Das ist aktuell halt so, dass von Ich würde sagen, von 1000 Leuten, die bereit sind Genug Zeit zu investieren, um Pro-Player zu werden in League of Legends Sind 980 Männer Und von diesen 1000 Schafft es aber nur eine Person Pro-Player zu werden Das heißt, du hast halt einfach statistisch gesehen Einen extremen Nachteil Offensichtlich Und du musstest theoretisch, müsstest du halt auch durch National League Level durchgehen Erstmal Und das ist auch Schwierig, als Frau da reinzukommen Weil viele Teams keine Frauen wollen Tatsächlich Weil du meistens natürlich, wenn du in diesen Aufbau Dann redest du halt von Von 15- bis 18-Jährigen Und dann ist es Kannst zu sehr viel Spannungen und Problemen Innerhalb eines Teams führen Wenn du mit Frauen spielst Zum Beispiel Wirst du eine VLC spielen, wenn sie gut genug ist? Klar Dann wäre es theoretisch möglich, eine Frau in einen O-Prime aufzunehmen Ja klar, wenn du eine Frau findest, die gut genug ist, kannst du die raufnehmen Das ist halt Wesser das Problem ist, dass die meisten Aktionen Wo Frauen in gute Teams inkludiert wurden Waren reine PR-Aktionen Und das hilft natürlich Frauen im Gaming, im E-Sport nicht wirklich So, und es gab halt dann immer mal so Teams Jetzt gerade zum Beispiel, was G2 gemacht hat Ich weiß nicht, wer G2 hell kennt Ich meine, ich hab's jetzt als Gegenende nicht verfolgt Aber am Anfang hab ich's verfolgt Die haben die jetzt praktisch einfach in einen Slot geworfen In die zweite NLC NLC-Liga ist das, glaub ich Ich glaub, die haben Haben sie jedes Game verloren? Oder fast jedes Game? Und das hilft natürlich Also wenn du natürlich In einer zu hohen Liga anfängst Und das nicht natürlich wechseln lässt Und supportest Dann ist das halt nicht besonders gut Am schlimmsten war Vavictis zum Beispiel Ich weiß nicht, ob die jemand kennen Da gab's ein Team in der russischen Szene war das Und die haben versäumt, ihren Slot zu verkaufen Und hatten einen Slot in der obersten Liga Da waren so Leute wie Diamondpox und Grosupepper Also Edward Und also Challenger EU-West-Spieler Auch Leute, die LEC schon gespielt haben Und so waren da drin Und dann haben sie sich gedacht Okay, dann machen wir eine PR-Aktion Und stellen ein Frauenteam auf Und das war dann Vavictis E-Sport war das Und dieses Frauenteam Und dieses Frauenteam Ist dann natürlich steil 0-18 gegangen Weil die haben einfach 5 Frauen Von denen 3 Support-Main waren Die durchschnittlich Platin Auf dem russischen Server waren Haben sie gegen Diamondpox spielen lassen Das war natürlich nicht so gut Für Frauen im E-Sport Fast, dass der so knapp ist gegen mich Obwohl da 2-7 steht Und für wen ist das PR? Naja, es sind halt initial sehr viele Leute aufmerksam geworden Wow Ein Female Team aufgestellt In der Top-Leader Da gucke ich doch mal rein Ich meine, langfristig ist das natürlich Das ist halt dieses Motto Auch schlechte PR ist gute PR, weißt du Danke an Luck für den Support Ich meine, die meisten Leute hätten niemals was von Vavictis E-Sport gehört Wenn die nicht das gemacht hätten Mich inklusive Wer zur Hölle ist Vavictis E-Sport Nein, nicht das ist Er, ich gehe ja wenn irgendwann werden frauen im e-sport wahrscheinlich auch mehr vertreten sein weil das ist ja also ähnlich wie im schacht das ist halt einfach es gibt ja keine wirkliche geschlechter trennung also es gibt praktisch open circuit wo alle spielen können und dann gibt es praktisch e mail links das heißt du hast praktisch nur extra förderung für frauen aber die männer haben keine eigene liga sondern das ist ja immer die open league dann ist genau wie jetzt zum beispiel beim candidates turnier bei der schachweltmeisterschaft oder wo gesucht wo der schach links gesucht wird das ist halt auch also zeit immer die frage ob kulturell gesehen frauen überhaupt interesse haben ihr ganzes leben nur mit full grind gaming zu beschäftigen das ist ja noch aber wer wird nicht einfach so reingedischt sein oder der hieger muss schon hier sein müssen wir könnten er es auto hier sein die maaten werden das war des und und irgendwie Und dass ich da noch einen kriege, ist fucking huge, aber. Oh, oh, please. Oh mein Gott, der hat noch einen mitgerafft. Ich habe TP, wenn ich komme. Das sieht überhaupt nicht gut aus, ne? Das sieht absolut nicht gut aus. Ich habe TP. Naja, das haben sich wesentlich schlauere Menschen, als ich das bin, also schon auseinandergesetzt mit der Thematik. Das ist praktisch die, also du machst halt multivariable Analysen und versuchst Attribute zu finden, die prädestinieren oder die praktisch wichtig sind für Leute, die proplaytechnisch aktiv werden wollen. Und dann machst du da eine multivariable Analyse und dann hast du zum Beispiel, dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, aus tausend Männern und Frauen, wenn du jetzt suchst, wer durchschnittlich aggressiver ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wenn du sie random aus einer Menge pickst, dass es eher ein Mann ist und so. Oder bereit ist, sein Leben zu opfern für E-Sport. Da gibt es so ganz schlaue Leute, die da super Arbeiten drüber geschrieben haben, wenn euch das interessiert. Da kann man sich massiv einlesen in das Thema. Ich hoffe, ich habe eine faire, sachliche, grundlegende Auseinandersetzung mit dem Thema präsentiert. Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Ja. das war so gut aber dann war es doch so schwer das problem war ich super oft mit kasse das fühlt sich immer so an als du kommst halt nirgendwo ran gefühlt ok lefisch lebt nice 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 sehr flüssig und verständlich gesprochen ja leute das sind so themen wisst ihr die sind über meinem paygrade das ist einfach da muss ich halt ehrlich sein das ist über meinem paygrade diese themen die sender macht mir so angst die ist full magic assistant ich spiele auch richtig einer auf der neon intercount das ist aber bitte nicht der echte neon oder auf dem neon intercount keine schuhe du kannst auf kassio keine schuhe bauen also die darf keine schuhe bauen wer ist ein neon ist ein lc articari ein richtig krasser der hat tatsächlich einen account der neon intercount da ist aber ich hoffe dass es nicht der ist weil also wenn das neon ist dann ist das game vergriffen er so small dafür einen starken articari nicht wirklich ich glaube der ist ok segen ghost nehmen auf kassio ja das problem ist du brauchst halt okay ist halt so wichtig weißt du kannst du kannst halt nicht einfach ghost spielen du würdest natürlich gerne weil ghost ist super super what's wrong up here aber du darfst halt nicht wie soll ich denn da fighten gegen die wir haben halt so viel mehr range als ich wir wollen sie jetzt auch sehnaschen ich habe den nash gekaut was ein biester der kardex wird blöd so das war well played von ihm war auch well played von mir das war eine big boy old aber holy shit ist das ganz hart warum sind die mid lane games so viel schwerer als die top lane games top lane war ich komplett am turbo chillen hier wird doch nicht hier wir wollen jetzt noch rubber und void oder wir gehen tank hier ich glaube tatsächlich tank ist wahrscheinlich besser oder ich glaube nicht dass wir mehr damage brauchen ich glaube wir haben genug danke an krönig lol jemand aria ffm hast du die unpa 2 geschaut und wie fandest du ihn die unpa 2 habe ich geguckt ich fand ihn persönlich sehr gut aber nicht so gut wie den ersten teil aber es war sehr gut die unpa 2 extreme empfehlung unbedingt anschauen super super nice und das ist ein film kann ich empfehlen im kino zu gucken also kann ich wirklich empfehlen das ist ein kinofilm weil es einfach diese diese neuen kinos mit dem geilen surround sort und so die machen sowas her bei solchen geilen film ob man auch sehr sehr guter film muss ich auch sagen hat mir auch extrem gefallen nicht ganz so gut wie barbie natürlich aber schon sehr krass doch jetzt so gut das ist nicht gut jetzt ich Dune 3, ja. Dune 3 wird auch nice. Also es gibt ja jetzt noch einen. Theoretisch können sie doch unendlich viele Dunes rausbringen. Es gibt doch so viele Bücher. Dune wird ja noch ewig weitergehen, oder? Wenn sie wollten. Aber die größere Open Heimat, das war offensichtlich ein Scherz. Hätte ich mein Sarkasmus-Schild doch wieder hochholen müssen. Ich vergesse immer mein Sarkasmus-Schild. Tut mir super leid. Ich will nicht Ende machen. Bis jetzt ist Buch 1 fertig bei Dune. Buch 1 ist jetzt fertig, aber es gibt ja irgendwie, gibt es nicht 6 oder 8 Bücher. Ich glaube, da gibt es noch eine Menge Stoff, wenn sie wollen. Ich glaube nicht, dass sie alle Bücher machen werden. Das macht nicht viel Sinn, weil die Dune-Bücher nehmen rapide an Qualität ab. Würde ich... Also, ich hoffe, das ist jetzt nicht offensive. Ja, für Dune-Fans der ersten Stunde. Aber ich würde behaupten, dass die Qualität der Bücher sehr stark abnimmt bei Dune. Ich bin nicht so einfach, um rauszukommen zu können. Okay. Oh, die Plankierungssnake, wo ist? Jetzt sie! Da ist sie, die Schlange, iss! Oh, Felix, vielen lieben Dank dir für den Support! Willkommen! Habe ich mich gerade um Kopf und Kran geredet, oder war alles in Ordnung? Das ist so ein Thema, da bin ich normalerweise jemand, der das nicht mit der Kneifzange anfasst. Genauso was wie Religion oder Politik. Aber ich glaube, es war alles sachlich korrekt, ne? Da war alles okay, ne? Ist keiner aufwendet? Stimmt, vielen lieben Dank dir für den Support! So sehen Sieger aus, that's goddamn right! Kurzer Kahn, du wirst geordnet. Das war eine Leistung, ja. Puh, damit sind wir 10-1. Ey, das läuft ja so gut, ne? Das läuft ja so gut. So, zack, zack, zack. Mich hast du offendet? Oh nein, warum hab ich dich offendet? Aber muss man es aussprechen, auch wenn es stimmt? Was? Was auf Gott? Muss man es aussprechen, auch wenn es stimmt? Das klingt sehr ominös, muss ich sagen. Das klingt sehr ominös, äh. Danke, Antorus, 89, schon mit dabei. Und Schimpi, vielen lieben Dank dir für den Support! Ich sehe, dass du dabei bist, Scheppe! Meinung zu Disney Star Wars. Also, sie haben schöne Bilder benutzt und tolle Schauspieler. Und ich glaube, dass ihnen das Budget für die Story ausgegangen ist. Und das okay. Es sind Filme, man kann die gut anschauen. Es ist eine Menge Action. Ähm, sie haben freigesprochen. Aber ich würde behaupten, dass die Qualität des Scripts nicht ganz so gut ist. Äh, danke an Bi und viel Tony. Willkommen! Was ist deine Meinung zur Ampelregierung, LGBTQ, Inflation und Impfungen? Ähm, League of Legends. Also, wenn ihr jetzt eine Wave treasen möchtet, ne? Das habe ich mit Dilara schon durchgesprochen am Samstag. Wenn ihr in eurem Drittel seid, versucht ihr drei Ranged Minions zu halten praktisch. Weil wenn ihr diese Überzahl von den drei Ranged Minions habt, dann könnt ihr praktisch die Wave in eurem Sektor halten. Aber das Problem ist, wenn der Ken Minion dazukommt, dann müsst ihr schauen, dass ihr noch einen Milli Minion extra habt. Ne? Wenn ihr den Milli Minion extra habt und in eurem Drittel seid, dann freest die Wave weiterhin. Ähm. Danke an Flamingo... Was? Flamongo mit der Bongo. Viele lieben Dank. Also, warte mal, da müssen wir Bongo-Bong anhören. Ja, ich hab dich. Ähm... Ne, 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 ne... Hat die Lara bestimmt super interessiert. Ja, ich weiß nicht, wie man mit Frauen redet, ne? Da kannst du noch einiges von lernen. Ja. Da, äh, also... Frauen, äh... Frauen mögen den, äh, den Lane Freeze. Oh ja. Oh ja, die mögen... Ich bin ja schon wieder Top-Lane. Hä? Das Event am Samstag war, das war ultra geil. War echt richtig cool. Ich mein, ich, 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 ich kam jetzt nicht wirklich zum Spielen. Ich war mir so der Ball-Junge, ne? Ne. Aber das war okay. War ein sehr, sehr cooles, harmonisches Team. Ich muss sagen, alle, die mitgemacht haben, waren extrem angenehm. Also, alle von denen. Ich war sehr bereit. Ich hatte ein bisschen Angst. Ich hatte Angst vor Edis. Ich hatte Angst vor, vor Anna und die Lara und Phoebe tatsächlich. Ähm... Weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie die so drauf sind. Ich mein, Isa kenn ich, ne? Isa ist ne Nette. Mit der kann man, kommt man gut zurecht. Aber ich, ich kannte so Phoebe, die Lara, Anna konnte ich überhaupt nicht einschätzen. Kuba wusste ich, dass ich mit dem Super zurechtkomme. Wir sind halt beide einfach Nerds, so. Da kann man einfach über Nerdstab reden. Da haben wir uns über Armsleeves unterhalten und über Valorant ranked und so. Das ist gar kein Problem. Und dann, äh, der Red Bull Athlete war auch super entspannend. Da war so ein Wakeboarder, der heißt Nick. Keine Ahnung. Der Kerl, der war einfach am Chillen, ne? Der war, glaub ich, auf seiner Welle. Oder an seinem Boot auf der Welle oder so. Der war komplett am Chillen. Stepo Bitch, danke dir für den Support. Und danke auch an... Warte. Hab dich gleich, hab dich gleich. Om, om. Vielen, vielen lieben Dank dir für die 5 Abonnements. Schön, dass ihr alle mit dabei seid, Leute. Ganz, ganz viel Spaß sehen. Stream weiterhin. Das ist ein netter... Der ist echt sehr nett, ja. Der ist sehr nett. Ja, danke auch an Simi für den Support. Willkommen auch da. Okay, wir haben Midlane AP Twitch. Und ich bin Toplane und muss eigentlich irgendeinen Melee Champion anspielen. Das ist ein Irelia-Engel, oder? Seid ihr ehrlich? Komm. Es ist Zeit für Myth-Maker Irelia. Es ist an der Zeit. Das ist ein Irelia-Engel hier, ne? An sich. Schauen wir mal. Nee, danke an Ayame für den Support. Gragoni? Actually, Gragas wär sehr gut gewesen, ja. Du hast recht. Hab ich actually nicht gesehen. Wär gute Frontline auch gewesen. Hatte ich jemanden auf deine Trikurnummer angesprochen? Ja, ne Menge Leute tatsächlich. Die haben nicht die Brillanz meiner Trikurnummer verstanden. Verius, vielen, vielen Dank dir für die 10 auch. Schön, dass ihr mit dabei seid, Leute. Ganz, ganz... Es sind sogar zweimal, es sind 20. Auch mal die Fackeln kreisen lassen für Verius und für Om Om. Holy Shit, vielen, vielen Dank dir. Schön, dass ihr dabei seid, Leute. Ganz, ganz viel Spaß, ja. Ja, das ist super lieb, äh. Welche Nummer hattest du? Ich hatte die Nummer 17% war auf meinem Trikot. 17%. El Rato Parmigiano in der Mitte. Wie geil ist der Name? El Rato Parmigiano, Baby. Goddamn. Öli, Marston. Vielen lieben Dank für den Support. Genau so wie Klassi. Oh, Verius, ne? Und Om Om, danke euch allen. Haa. Kämen wir jetzt bei mir auch gucken? Ja, ich muss gucken. Irgendwas hat die wieder weiter bestellt. Müssen wir uns das mal anschauen. Hast du schon eine neue Windchallenge anvisiert? Naja, wir wollten morgen eine machen. Hm. Äh, aber da ist jetzt kurzfristig jemand ausgefallen. Ich weiß nicht, ob der schon geantwortet hat. Lass mich kurz gucken. Ähm. Ja, also der hat nicht mehr geantwortet. Das heißt, da weiß ich jetzt nicht so ganz, was der Plan ist. Ist vielleicht auch noch am Streamen. Ja, wir wollen mal gucken. Aber was wir jetzt machen, ist, äh, League of Legends zu dominieren, meine Damen und Herren. Let's go. Ja, morgen war eigentlich eine N&O Windchallenge geplant, genau. Weil Tolkien kann ja nicht am Wochenende. Das heißt, die Idee war praktisch jetzt unter der Woche eine zu machen. Also diese Woche ist, ähm, es ist eine Tat Flampe. Wahrscheinlich am Freitag. Es ist eine Aufnahme mit den Teats. Wahrscheinlich am Mittwoch. Es ist, äh, es ist eine Menge T06-Solo-Q. Es ist eine Windchallenge mit N&O. Es ist die A1-Liga am Wochenende. Es ist Flex-Q am Donnerstag. Es ist, äh, Final Fantasy und Elden Ring in der Nacht. Ähm, irgendwas hab ich noch vergessen. Vielleicht noch eine Windchallenge mit Karma. Aber da muss ich jetzt aber wirklich mal angucken, wie das zeitlich alles zusammenpasst. Ja, noch irgendwas hab ich vergessen. Ich hab's, äh, ne, dann wird mir schon noch kommen. Da spielst du mit den Peats PUBG, spiel ich mit den. TFT-Streamer-Turnier, genau. Ja, 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 ja. TFT-Streamer-Turnier ist auch noch am Samstag. Final Fantasy ist das MMO, oder? Genau, Final Fantasy ist das MMO. Warum sind die alle sauer? Hm, hm. Und dann ist ja auch noch... Das MLC-Finale ist ja auch noch am Wochenende, oder? Das sind so viele, so viele Sachen. Wann bin ich jetzt stärker als du? Geht mich denn nicht einfach Level 1? Ich will, ich will, dass er pusht, oder? Ui, ui. Der ist natürlich schlecht für unseren Plan, dass er pusht. Darius ist so ein Mist-Champion auch, hm. Wer sich den wieder ausgedacht hat. Hm, kleiner Stand. Mhm. Der ist sehr stark im Early. Ja, Irea eigentlich auch. Aber ich glaub, Darius ist noch stärker als Irea. Das heißt, wir riskieren's mal lieber nicht. War das Cassio-Game? Sehr harter Winnen. Was, dass ich jetzt zweimal in Folge top-playen musste, na? Also Mitte ist echt schwer zu kriegen. Die Rolle ist so beliebt. Das ist echt heftig. Ja, das wussten wir ja leider. In Hylos Mitte einfach gegengerader. Mh, 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 mh. Hm, der hat Darius in Irelia reingepickt. Das heißt, er wird sich da schon irgendwas gedacht haben dabei. Ich weiß nicht was. Aber eigentlich ist das Matchup schon spielbar, oder? An ally has been slain. Hm, hm. An ally has been slain. An ally has been slain. Jack. ok warum hat er das gemacht aber warum denn das war perfekt zusammen was war das denn für ein gucklein ich frage welche boots man hier baut weil eigentlich wirst ja tabis haben in so einem matchup auf der anderen seite wirst du wirst du halt auch mercs haben hier gegen nidalee uri und amumu das ist eine üble nidalee der wettungswerter gewesen 100 prozent und Okay. Musst du nur kurz warten, bis die Stacks auf mich abgelaufen sind, ne? Ich hätte auch noch potten können, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht potten muss. Musste ich ja zum Glück auch nicht. Musste ich ja zum Glück. Was the fuck? Musst du die Kürbe auch flaschen? Ja, da wehen zumindest, sonst das stimmt schon, ja. Ja, das stimmt natürlich schon. Ich würde den Wort da da nehmen, einfach nur. Alright, let's get up with the blade, ready? Oh, okay. Oh, ich habe die Bs. was passiert denn da auf der botlein yo 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 euer am umo lenkt gerade top lane leute the question isn't can a myth change was passiert denn da auf der botlein das game ist doch absolut wenn das könnt ihr euch nicht am riemen reisen genau das ist so gut hier mh mh obvi ist noch ja 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 Exzellent, exzellent, exzellent. Meint ihr, sind die Duokyo einfach und machen ne Show oder meint ihr die, also meinen die wieder der Ernst? Ja, na, um. Vielleicht sind die einfach dupt hier und machen ne Show. Ich mein, so nervig kann doch kein normaler Mensch sein, oder? Seid ehrlich. Da stimmt doch was nicht. Egal, ne? Das ist einfach gut. Leider noch einen. Ich musste wehen, weil sonst hätte mich der Hit davor gekillt, aber... Mhm. Das war nicht optimal. Ich hätte davor mein, also nicht vom Kuh gehittet werden dürfen. Mhm. Das hätte nicht gereicht, hätte nicht gereicht. Nö, 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 nö. Ich glaube, die sind DuQ, so wie die sich verhalten, ehrlicherweise. Könnt ihr mal gucken? Sind die DuQ? Das wirkt sehr, das wirkt sehr nach einer DuQ, ehrlicherweise. Ist deiner Stimme besser? Ziemlich, ja. Ist immer noch nicht optimal, aber ist um einiges besser geworden. Wir haben da schon Sterex gekauft. Interesting. Was? Wann ist das? Das hätte ja einfach Sterex geruscht. Ist das normal? Und da habe ich das noch nie gesehen. Das klingt so wild, eh? So sollte man das machen, als du küsst. Es gibt manche Leute, die finden das lustig. So, du Smurfing und sich dann gegenseitig die ganze Zeit beleidigen. Das ist kein gutes Item ohne HP, aber das ist schon ganz schön Tänke, also das ist schon. Oh, wenigstens hat Rattu Parmechanu den Turut bekommen. Very nice. Very nice indeed. Ich bin dumm von mir, da nicht den Turut einfach zu nehmen. Ich könnte Pepeen theoretisch gleich verboten. Oh, schöner Setz, hä? Die kriegen den Bot-Türut. Wollen wir mal mit all-out und schauen, ob sie sich beruhigt haben. Die haben wohl Fendestreams. Ich muss nicht Fendestreams sagen, ich meine, das ist halt relativ normal, oder? Warte, ja. Wenn die da ein bisschen nachgehen, können wir es probieren vielleicht. Obwohl, er ist ein bisschen terrible für uns gewesen, aber er fixt sie zumindest für uns. Nice. Moin Freddy, hast du eigentlich schon einen Arzttermin gehabt? Hab ich ja. Also ich war jetzt bei allen Ärzten und die Quintessenz ist praktisch, dass diese super Anfälligkeit für Kehlkopfentzündungen was mit Reflux zu tun hat. Das ist praktisch, was das bedeutet, ist, dass Magensäure bei mir aufsteigt. Und diese Magensäure geht die Speiseröhre hoch und sorgt dafür, dass dieser hintere Teil des Kehlkopfes sich entzündet. Ich kann ja nicht sagen, wie der heißt, aber das ist praktisch der hintere Teil des Kehlkopfes entzündet sich. Das ist praktisch so sehr, sehr aggressive Sodbrennen praktisch, genau. Und dagegen kannst du halt einfach Medikamente nehmen und das sollte nach und nach weggehen. Das wird ein bisschen dauern, das ist ein bisschen unangenehm. Die Stimme ist schlecht wegen der Kehlkopfentzündung, genau. Genau, genau, genau. Ja, schauen wir, dass er mitkommt. Die ist echt voll fett. Ich dachte, ich kill die da einfach, aber ich hab die Sticks nicht gekriegt. Wir brauchen jetzt Wit-Send als nächstes. Okay, El Rato Parmechano hat den immer, ja, den Pumarien. Dann sollten wir für Drake gehen, wenn es geht. Daraus ist halt chillig und pushen oben, das heißt, da sind wir jetzt leider nicht mehr wirklich ahead. Ich kann runtergehen, dann können wir Witzen bauen. Der Darius von denen ist auch komplett gebrochen, glaube ich schon. Wir sind super easy killen mit ihren Slows, ja, easy peasy. Und ich kann die Dings unten die ganze Zeit holen. Oh mein Gott, Bro. Die hat gerade alle umgebracht, die Senna. Die intet ja komplett. What? Die hat gerade das ganze Team gekillt. Die ist mit einem HP an den Rand, hat ihm den Reset gegeben und deswegen kann der die killen. Der war schon tot. Oh, das ist krass. Das ist echt krass. So. Weißt du ungefähr, wie lang du heute streamst? Ist doch auch ein kurzer Stream, so bis eins, weil die Stimme immer noch angeschlagen ist. Heute nicht zu lang machen. Okay. Ich sag, auf Bottlen ist sie auch einfach wieder reingerannt. Die spielt sehr komisch. Als hätte sie gar nicht so großes Interesse zu gewinnen. Wir hatten die nicht alleine, wenn sie da kommt. Nein, das Kuh war so wichtig. Oh, renn. Hier, Bot. Hier, Bot. Hier, Bot. Du musst rennen. Du musst rennen. Du darfst nicht hin. Oh, oh. Alle Botland, Digga. Alle Botland. Ich brauche halt Witzend und nach Witzend brauche ich auf jeden Fall auch noch Sterax, wenn ich die behalten möchte. Oh, fucking huge. Oh, fucking huge, Leute. Und jetzt, wir gehen über Basen hier. Der Aris ist da auch gar nicht so schwach, ne? Ich habe einen Tiefkühl und Digga. Willkommen, Leute. Schön, dass ihr da seid. Ich meine, später mit den Ivanschildern kann ich vielleicht auch Teamfighten in dem Game. Aber es ist auf jeden Fall nicht ohne. Stream Leggy heute irgendwie bei mir nicht. Also das ist wahrscheinlich eher an eurem Ende. Und ich sehe ja bei mir, dass ich keine... Oder es ist halt Twitch, ne? Also es ist entweder Twitch oder ihr seid's. An meinem Ende ist alles gut. Die hat jetzt wieder flashed, die Orianna, ne? Oder hat die bei dem Play unten gerade flashed? Ne, ne? Flash ist tot. Sollten aber nicht zu overchalzen wegen Nash hier, bitte. Ich kann nicht mal zum Nash-TV hin jetzt. Der ist einfach gone. Wow. Brillantes Play, boys. Hm. Ich bin nicht der Mann, aber... Warte, ich habe jetzt 7. Okay Dann mal resetten Oh, ist einer sehr sehr laut, der Amomo Das wäre ein huge kill, wenn wir ihn finden Aber eigentlich findet ihn, wenn findet ihn der Ja, der Dings, der Twitch Meint ihr, die hat schon wieder Ult? Nee, oder? Ich glaube, die hat keine Ult hier Hätte er das oben überlebt Ein HP Ja, jetzt mittlerweile können wir natürlich schon wieder Ult haben, ne? Ja 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 Yes, again. Jetzt hier rüber. Wir müssen halt unbedingt den Links bekommen, wenn es geht. Den Dreck. Den Dreck. Kann ich Xayah schon wieder da sein? Ich könnte ihn verhindern? Nice. Das ist ein seltener Stil mit Euler-Ult, aber nice to have. Nice to have, dear boys. Nice to have. Ich weiß, ich kann die in den Büschen da stehen. Okay, ich weiß mal nicht von aus, dass er da so greedy ist. 012 Support Center. Vielleicht kein... Nee, lass uns nicht greenen, oder? Ich bin so strong. Eigentlich muss der Ivan nur mich schilden und der Twitch macht genug Damage. Aber ich befürchte, dass unser Team da nicht so Interesse dran hat, zu gewinnen. Das ist die große Befürchtung. Ich bin so oft gesagt, dass er das seltener Stil mit Euler geht. Nene, 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 nene. Deswegen ist das so neu. Oh, die Flasher alledet. Ich habe noch eine Hechte, die noch nicht auf den Diamant. Was ich nicht auch? Ich habe noch einen Header der Knock-A-Bohren auf den Nöse gehabt. Ich habe auch wieder runtergerannt. Ich weiß nicht, wie dieses Game zu carry'n ist. Keine Ahnung, diese Brutlein. Ich bin echt Tangy-Boy. Wir müssen jetzt um den Tier 2 halten und dann schauen wir mal. Vielleicht können sie Nashen. Was habe ich mehr damage gekriegt? Magic tatsächlich. Ich habe eigentlich schon Witz. Ich baue ein paar Yakshu jetzt, würde ich sagen. Zu dem Zeitpunkt. Ich baue ein paar Yakshu hier. Wenn die Musik zu laut ist. Ich kann sie leiser machen, wenn sie zu laut ist. Alter, die Senna infieden. Holy shit. Die Senna ist absolut am infieden. What the fuck war das? Die ist absolut am hinten. Das ist ja crazy. Ich sehe. Also da ist der 0, 12, 14. Kann eigentlich nicht mehr bot gehen, auch wenn ich will. Oder muss. Wir müssen den halten. Haben sie den, bevor ich da bin? Ja, ne? Ich habe keine Wissen drauf. Wir haben wahrscheinlich gone. Ehm. Ist das ein krankes Team. Ey schon wieder. Das ist jetzt. Also die Mitteländergames sind einfach fast unlabel. Das ist so wild. Was uns hier angetan wird von unseren Mitspielern. Das ist richtig. Wichtiges Eyebon hier, oder? Und Drake ist in 60. Sollten wir unten den Tier 2 nehmen. Und den Drake. Nicht mehr zu sehr overextenden, Leute. Ihr seid schwach ohne mich. So risky was die da machen, weil die da sterben was Game Over. Okay. 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 Ja, 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 ja. Können aber nicht enden, oder? Ja, aber trotzdem runterchasen hier zusammen. Das ist echt ein Game. Das ist echt ein Game, holy shit, Leute. Da lässt er dich nicht Q und killst in der Moment, weil ich nicht sicher war, ob die nicht enden können. Das heißt, die Idee praktisch ist da, wenn, wenn, also du musst halt gucken, ob du Base kommst, falls die für den End gehen, weil der Kill auf den Support ist halt komplett wertlos. In der Situation. Ja, was, was akkommst du, wenn du den Support killst, ne? Ich habe sechs Items. Also, das heißt, ich bin relativ tanky zu dem Zeitpunkt sogar. Der Twitch probiert es wenigstens, aber wenn er nicht der ist, der Twitch probiert es ja. Ich meine, der spielt jetzt auch nicht so schlecht, würde ich sagen. Also, der, der gibt sich wenigstens Mühe, der Twitch. Obe ist topplen. und dann wir gewinnen nicht how do we not win ok geht bitte zurück damit wir wenigstens nicht verlieren die flämt am allermeisten und sie ist komplett useless ich habe keine ahnung was sie von mir wollen das gibt es doch nicht der ratto parmigiano läuft heran mit warum läuft der mili in die xaja rein mit einer ulti im drei millionen range gibt what bro der wird weder sein we am anfang noch und der am anfang der läuft ein mili in die xaja rein der legende eh mhm die 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 das Hawk du bist du ein Du bist doch ein Eri. Du bist ein Eibon. Du bist ein Eibon. Warum pushst du Toplan, Katlin? Wir würden gerne enden. Wir können nicht enden. Unsere Katlin pusht Toplan. Dann geht Sol. Sol, go, Sol, go, Sol. Und dann Fünf-Mann-Bot. Ich bin einfach Fünf-Bot jetzt. Bitte nicht sterben. Ganz kurz nicht sterben. Bitte nicht sterben, Leute. Keiner holt die Wave. Jetzt muss ich als Primärer Tank und Frontliner muss die Wave holen. Und was macht ihr denn da, Kinder? Krass, dass man alleine ein Spiel gewinnen kann. Na gut, auch nicht alleine. Ich meine, der Twitch macht schon viel. Auch die Katlin tut weh mittlerweile. Ich spiele nicht alleine, aber es ist trotzdem. Die machen es einfach nicht leicht. Also das kann wirklich keiner sagen. Leicht machen ist es mir nicht. Keine Nidalee gerade. Das heißt, ich wäre... Soll ich ein Drive spielen hier? Das ist doch zu risky. Wir sollten ein Drive spielen. Das heißt, ich bin immer noch krank. Ich bin immer noch geschwächt. Riot Games, was wollt ihr denn von mir? Oh, El Rato Parmichano, ey. Mit dem besten Namen auf ganz, äh... Ja, Diamond 3 oder was das ist. Aber heilige Scheiße. Also diese Leute, ich weiß nicht, das ist so eine Sache von Flame, die mich sehr nervt. Die Katlin sagt, der Senna, sie ist scheiße und sie hat weniger LP als er. Und die Senna sagt, der Katlin, sie ist scheiße und hat weniger LP als er. Leute, das ist völlig egal, wie viel LP ihr habt. Spiel doch das verdammte Game. Das kann doch nicht wahr sein. Level 40? Natürlich Smurf-Account. Das war so klar. Das war so klar, ne? Dass das ein Smurf-Account ist, wenn der so reinflamt. Boah. Om Om, vielen lieben Dank dir für die 5. Schön, dass du dabei bist, Chefe. Ganz, ganz viel Spaß. Im Stream an alle, die es erwischt hat, ne? Und dickes Dankeschön an Om Om. Genauso wie ich nicht, der Jodasheim. Viele lieben Dank auch da. Und der Krusty Bacon. Genauso wie der Steveny ist mit dabei. Grüß euch, Jungs. Boah. Okay, wir stehen 11 zu 1 heute. Am Ende ist das decent, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal decent. Wie viel D-Sync will NoWay zwischen Audio und Video haben? Ist das so schlimm? Bei mir sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ehrlicherweise. So 0,2 Sekunden vielleicht. Danke an Tamo und Mustpad Fury Road. Vielen lieben Dank für den Support. Genauso wie der Roach40. Einen traumhaften. Kann irgendwo alle Accounts sehen? Ja. Boahdash. 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 Vielen lieben Dank für den Support, ja. Wait, ist Twitch Midlane Viable? Ich glaube, AP-Twitch ist ziemlich gut aktuell tatsächlich, ja. Den kannst du eigentlich auf fast allen Rollen spielen. Und danke auch an Pyrenix für den Support. Auch da einen wundervollen. Wie lange geht der Stream heute noch? Wahrscheinlich nur so zwei Games. Drei vielleicht. Heute wird es auch wahrscheinlich kein Elden Ring geben, weil ich immer noch die Stimme ein bisschen schonen möchte. So zwei, drei Games. Danke auch an Lena Meier. Fand gut wir den sofort. Willkommen. Und Patrick ist es wieder. Und lass uns eine Runde Schach spielen für zwischendurch. Komm. Wir sind jetzt auf 850er Rating, Leute. Das ist jetzt eine schöne Runde Schach hier. Let's fucking go. Ich sag's euch. Ich werd im Schach. 900 Elo ist greifbar, na. Okay. Aber wir spielen gegen den Amerikaner. Warum hat der so viele Pferde jetzt rausgebracht? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Kann ich hier hingehen, würd ich gerne? Dann kann der hier so zurückziehen, wisst ihr? Wir könnten jetzt hier hingehen, zum Beispiel. Mit unserem Horset. Okay. Wenn er hier hingeht. Kann ich jetzt noch hier hingehen? Ja, ne? Das kann er nicht machen. Und das kann er auch nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Pferd oder mit dem Bischof nehmen möchte. Game. Nice, nice. Game is up, Leute. I repeat. Brettgesicht. Vielen lieben Dank für den Support. Welcher Elo bist du? Ich hab 850er Elo, hab ich. 850. Das ist sehr schlecht. Das ist ja nicht gut. Aber das war dumm. Halt. Ich hätte den Läufer wegnehmen, weil jetzt kann er den schlagen, ja. Jetzt hab ich hier mit eine sehr awkwarde Porn-Situation, ne. Das ist eigentlich sehr bad, glaub ich, was ich grad gemacht hab. Worauf zielt diese Dame? Zieht sie auf den? Ich glaub, so sollte es fein sein, ne? Ne, actually war das Sau-Int. Jetzt kann er den nehmen, tatsächlich. Oh, das war super bad. Oh, scheiße, Leute. Hoffentlich sieht das nicht. Ich meinst, das ist 800er Elo, ne? Das wird er schon nicht sehen, jetzt. Okay, schnell die Gefahr, äh, wegmachen. Ganz schnell die Gefahr wegmachen, da. So, und jetzt können wir... Guck mal hier, ich weiß nicht, was das für eine Struktur ist, aber die ist bestimmt gut. Jetzt greift er das an. Ähm. Wer zielt auf den, oder er zielt auch auf den? Könnte ich hier hingehen, weil das bringt nichts, ne? Kannst uns hier hingehen. Hm. Okay, jetzt zielt er auf das. Und auf den. Ich glaub, ich muss meine Dame hier tauschen, ne? Ich glaub, es gibt keinen anderen Move, alles zu halten. Ehrlicherweise. Wer greift beides von denen an? Okay, game. Zwei Bauern mehr wert als ein Läufer? Nee. Nee, nee, nee. Okay, so, jetzt kann ich hier irgendwas machen, bestimmt. Aber was? Was kann ich hier machen? Ich könnte so angreifen, ey, jetzt schauen wir mal, was er dann macht. Das ist echt saudumm, der könnt ihr einfach nehmen, ne? Weil ich kann nicht zurücknehmen, ja. Okay, wir müssen was bennen hier. Das war jetzt nicht so smart. Ähm, ja, und jetzt hab ich zusätzlich... Wait, jetzt hab ich komplett geplandert. Das war kompletter Oberplander, war das. Jetzt verliere ich mein Dings auch noch. Okay. Ähm, gibt's hier irgendeinen Zug? Gibt's hier irgendeinen Zug? Gibt's hier irgendeinen Zug? Nee, ne? Ich glaub, es gibt keinen mehr im Game, ja. Ich glaub, es gibt keinen Zug, wie ich das verhindern kann. Ich mein, ich kann hier dann angreifen und kann seine Dame tauschen, aber ich hab halt trotzdem einen kompletten Läufer verloren, ne? Aber es ist besser als die Alternative, halt. Dame B2? Was hätte das geändert? Dame B... Wait, er hat's nicht gesehen, oder was? Hä? Bin ich, bin ich der luckieste Kerl alive, oder ist das hier noch... Das ist echt... Oder ist das noch gefährlicher? Nee, das ist nicht noch gefährlicher. Warum hätte B2 geholfen? Also was hätte das besser gemacht? Der kann doch trotzdem einfach den nehmen. Oder überschre ich was? Oh. Ich hab verloren. Oh. Da mal, wenn sie hier hinkommt, hab ich dann verloren? Nee, weil dann kann ich nach hier gehen. Also kann ich so gehen? Mhm. Damn, war das bad. Damn, der war echt gut, ja. Der, der, der Amerikaner. Ja, ich gut, ja. Stark gemacht. Aber wir haben wenigstens unser nächstes League-Game. Aber was hätte B2 hier gebracht? Ja. Was hätte das gebracht? Eingangsfehler, okay. War actually crazy gespielt für meine Verhältnisse. Nichts, ne? Das wäre völlig nutzlos gewesen, ja. Da hatte ich nämlich auch. Da hat er mich echt ordentlich gehopst. Da waren aber auch eine Menge Fehler mit dabei. Ey, schau, es ist so ein cooles Spiel. Aber die Leute sind, äh, schon sehr, sehr gut. Mal sagen. Die Leute sind sehr, 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 sehr gut teilweise. Machen sie richtig. Was bedeutet das jetzt? 64, 92? Bedeutet das jetzt 92% Accuracy hat? Oder krass, oder? Ja. Also ein kurzes Game ist nämlich an. Ja. Ich glaube, ich biete den Swap an. Eine schöne Runde Midlane Tristana. Ja, let's go. Bisschen hüpfen. Der hatte an. Ich glaube nicht, dass der an hatte. Also bei Schach bin ich nicht so eitel wie bei League, weißt du? Bei Schach weiß ich sehr wohl, dass ich, ähm, dass ich, ähm, einfach nicht so gut bin. Ich bin einfach nicht so gut bei Schach. Das, ich meine, das muss ich mir schon eingestehen können bisher. Dass ich nicht der beste Schachspieler bin. Das ist okay. Das ist okay. Man darf auch nicht vergessen, das ist teilweise unter Druck. Ach, das liegt nicht. Leute, ich bin einfach nicht gut in Schach. Ich bin froh, dass ich jetzt meine 800 Rating habe. Das ist schon ganz gut. Du siehst müde aus, Freddy. Ich bin sehr müde. Ja, ich bin halt krank aktuell. Das heißt, die letzten... Ja, was heißt... Also, was heißt krank? Ich meine, die letzten zwei Wochen waren einfach sehr rough für mich. Wisst ihr, mit dem ganzen Reisen und vielen Events und Zeug. Aber jetzt kehrt Ruhe ein. Ich habe jetzt... Also dadurch, dass jetzt, ähm, wir nicht im Finale sind, mit NNO habe ich jetzt tatsächlich sehr viel Zeit. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Tut natürlich trotzdem irgendwie weh, aber ich habe jetzt echt viel Zeit. Man muss nicht überall einer der Besten sein. Nö, nö, nö. Ich meine, ich hätte gerne 1000 Rating, hätte ich gerne. Aber dafür muss ich auf jeden Fall noch besser werden. Kein Halo of Blades auf Tristana. Kannst du spielen, ist im Early besser und im Late Game schlechter. Trinity, vielen lieben Dank dir für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Was war geplant fürs Finale? Wir hatten von BASF, hatten wir die Zusage, dass wir in ihrem Feierabendhaus, warte, kann ich dir zeigen. Wir hatten die Zusage, dass wir in ihrem Feierabendhaus zusammen mit ihnen ein Offline-Finale machen konnten. Ja. Das ist praktisch so eine, so eine... Wie soll man das beschreiben? Das ist halt so eine große, sehr edle Halle. Ist das. Das wäre in Ludwigshafen gewesen. Und dann hätte man praktisch da so eine große Show machen können mit denen zusammen. Wäre cool gewesen, ja. Das wäre sehr, sehr cool gewesen. Fürs Finale. Danke an Hager, Toruk, Turnab, einen wundervollen wünsche ich. Schön, dass ihr mit dabei seid, Leute. Vielleicht hilft es dir etwas, mehr Zeit zu lassen in den Zügen. Na gut, das kann ich ja nicht, während ich in Q bin, weißt du, Svelkos. Ich muss aufhören, das On-Stream zu spielen, aber das ist immer so, weil, also das Problem ist halt, erstens ist der Zeitdruck, weil ich in der League-Q bin und zweitens hassen meine Zuschauer, wenn ich Schach spiele. Das ist das Allerschlimmste, was ich machen kann, On-Stream, ist Schach spielen. Das ist wie bei anderen Leuten, wenn sie PUBG anfangen. Da sind die Zuschauer sofort weg, wenn ich Schach anfange. Ich habe immer die krassesten Zuschauer-Drops, wenn ich Schach anfange zu spielen und das ist okay, das ist okay. Ich, ich merke, ich merke keinen Schach. Danke an Lighty für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Wer heißt Ratatatatatatata und spielt Aphelios, oder was? Wenn wir noch einmal hitten dürfen, den Wort, da. Kommt ihr da irgendwann nochmal hin? Vielleicht in der nächsten Season, ja? Vielleicht bietet sich dann dann die Möglichkeit. Danke auch an Anolis für den Support. Auch da einen wundervollen. Und Daddy Spanky ist mit dabei. Oder wärst du nach Ludwigshafen gekommen? Ja, wär ich tatsächlich. Aber jetzt, ich meine, eigentlich ist das gar nicht so schlimm für mich. Ich habe jetzt sehr gehasselt die letzten Wochen. Ich freue mich einfach ein bisschen zu nerden mit euch. Wenn es jetzt mit der Stimme besser wird, und das sollte es ja, heute ist ja schon pipi besser, dann können wir einfach ganz genüsslich reinnerden jeden Tag. Das wird nice. Einfach das T1-Projekt vorantreiben. Diese Woche alle Accounts mindestens auf Master. Im besten Fall fangen wir schon an zu climbten. Bean Happy und Raboon. Viele lieben Dank auch da. Das Sack für sie, dass sie da den Türen hinkriegt. Unschöne Erfahrung. Ja, übrigens machen wir auch öfter mal Zugzwang. Ja, das ist ein sehr, sehr cooles Event, auf jeden Fall. Ich habe schon öfter zugeguckt bei Zugzwang. Warum eigentlich denn eigentlich jetzt keinen Jungle? Ich mag die Rolle einfach nicht. Und ich habe herausgefunden für mich in letzter Zeit, dass wenn mir Sachen Spaß machen, dann ist der Content, den ich mache, besser. Ich fühle mich wohler und ich kann länger streamen. Und das ist halt einfach... Deswegen spiele ich jetzt halt die Rollen, die mich glücklich machen, die mich erfüllen, auf die ich Bock habe, weißt du? Und zwinge mich nicht, Rollen zu spielen, die ich nicht möchte. Ich meine, klar, wenn wir jetzt natürlich alle drei Rollen auf Challenger schaffen würden, dann würde es mich schon in den Fingern witzeln, alle Rollen auf Challenger in einer Season zu kriegen. Mit den drei Splits. Na klar, das werden wir dann wahrscheinlich schon probieren, aber... Erstmal müssen wir die drei Rollen auf Challenger kriegen. Ich finde, Jungle ist einfach... Also, ich weiß nicht, wie man Jungle wirklich spielen kann und da Spaß haben dran kann. Ich finde, das ist die langweiligste Rolle ingame. Ehrlicherweise. Sogar schlimmer als Support. Boah, also Jungle ist wirklich... Das ist so langweilig. Diese No-Interaktion und du verprügelst da deine Camps. Macht einfach... Also, ich habe einfach keinen Spaß an Jungle. Persönlich. An Gustavsson ist eh der Beste. Ja, der ist sehr angenehm tatsächlich. Das ist... Der hat einen sehr trockenen Humor. Ich mag die Zug-Zanktonierung auch immer zum Zugucken. Persönlich. Wir werden doch nicht mal ein leichteres Mid-Game haben, wo unser Team mitspielt. Oh, Martin. Oh, Martin. Mein, was? Die hat einen Rapp-Up. Bitte. Martin, ein Rapp-Up. Die hat einen Rapp-Up. Oi! Warum machst du einen Rapp-Up? Oh, die Zeit. Okay. Nice. Hoffentlich verliere ich nicht die Platte. Nice. Yay, Samy Lee Jones. Vielen lieben Dank für den Support. Bekommen seit neuesten Sportwetten-Werbung auf Pitch. Ich leider auch, ja. Das ist... Das gibt's... Es gab schon... Also, das ist was... Ich kann da leider nichts dagegen tun. Ich würde dir gerne was anderes sagen, aber ich kann da leider nichts dagegen tun. Gegen diese Werbung. Oh, der hat mich da vermisst. Ich hab jetzt zwei Tage nicht gezockt. Ich hab richtig den Hinzug gemerkt, äh, heute. Das fühlt sich einfach so geil an, zu daddeln. Das fühlt sich allerdings nicht so geil an. Okay, ich möchte alles, was ich gerade gesagt habe, zurücknehmen. So ne Scheiße. Das fühlt sich einfach so geil an, zu daddeln. So geil an, zu laden. So geil an, zu laden. An, zu laden. Das ist auch geil an. Das ist so geil. So geil an. bist du süchtig ich weiß ehrlicherweise nicht ob ich liegt wichtig bin oder ich streamen süchtig bin herrschen fühlt sich schon sehr angenehm an ich glaube ich bin streamen süchtig mittlerweile kann ich denn da den kanonenbasalen verfehlen was ist das denn schon wieder nix aus beiden na ich glaube also liegt süchtig bin ich tatsächlich wirklich ehrlicherweise ich kann ja auch tagelang irgendwelche anderen spiele mittlerweile spielen habe überhaupt kein problem damit wenn ich beide kennen es gekriegt hätte ich einen krakenslayer so eine scheiße du auch wenn du jungle nicht gern ist aber was dein lieblings jungler also selber spielen ist es sowas wie ja sowas wie brand wahrscheinlich und im team haben ist das ist ein gut gespielter lie oder eine wei oder sowas denn das sind so champions die halt komplett übernehmen können games für dich die halt im early auch schon impact haben und dich unterstützen können und so talia für dich ist auch sehr sehr gut im team zu haben wenn sie gut gespielt wird gespielt wird gespielt wird gespielt wird nach oben bist du computerspiel süchtig oder arbeitssüchtig es ist eine sehr gute frage ich weiß nicht ob ich wirklich computerspiel süchtig bin aber ich glaube so viel wie ich spiele muss ich eigentlich süchtig sein ich habe zumindest keine entzugssymptome oder so und ich kann auch lange zeit nicht zocken ohne mich schlecht zu fühlen ich meine mittlerweile ist es wirklich mehr das streamen was mir was mir spaß macht zum beispiel wenn ich im urlaub bin oder so dann habe ich überhaupt keinen also dann habe ich überhaupt keine lust am pc zu sitzen oder so in welchem urlaub ja zum beispiel so portaventura oder malediven war ja aber brücke wie sieht es denn bei dir morgen hast du die gruppe geguckt wollen wir das so machen oder wirst du lieber verschieben ist ja lieber also vielleicht dazu auch schon geantwortet ich habe es nicht gesehen während dem stream ich gucke nachher rein ja die idee war praktisch dass wir das halt wenn du deinen termin hast je nachdem wie lang der geht dass wir währenddessen ein anderes spiel spielen oder eine pause machen oder so also eine pause mit irgendeinem anderen spiel hat dann zu dritt oder viert seit neuesten am werbung schalten ich schalte immer noch keine werbung ich überlege mir aber ob ich eine minute werbung schalten soll um ehrlich zu sein das war oder mal das war das war aber Die Subs kriegen immer noch keine Werbung hin, das wäre eine Minute pro Stunde, überleg ich mir. Ich hab noch mal diese Angelaufen gehabt, komplett am Wesen, die Frau, so ne Scheiße, ich liebe Tristan am Winter, das fühlt sich so gut an, das ist so gut. Es ist halt liegen gelassenes Geld gerade zwischen den Games, ich mein, es ist halt, es ist halt eine Minute, es ist halt die Frage, wie viele Leute das vergrault zwischen den Games, ich will ja schon, dass der Stream möglichst angenehm ist für die Zuschauer, wisst ihr? Aber so eine Minute auf eine Stunde, weiß ich nicht, ob das so problematisch ist. Dann ist Twitch ein bisschen glücklicher mit mir, weil ich aktuell natürlich ein absolutes Minusgeschäft bin für sie, weil ich keine Werbung schalte. Ich mein, das ist natürlich schon, muss man natürlich sagen, das ist finanziell natürlich ein krasser Unterschied, ne? Weil so viel wie ich streame, macht halt Werbung einen riesen Unterschied. Ja, das ist ganz klar. Jetzt will ich zur Pre-Roll eine Minute, ich glaube, du kannst den Pre-Roll dann ausschalten, theoretisch, wobei ich nicht weiß, ob da eine Minute reicht, aber ich hoffe. Lol. Das war natürlich, den Kind hätte ich schon gerne gehabt, du. Wie wenig schadlich, man, what the fuck. Mir hat das nicht gereicht. Wer bist du denn? Okay. Wer wollte sich das Angeistarko jetzt nicht gulden? Schade, wenn ich einen Schritt kriege, stirbt er da. Actually, weiß ich gar nicht, ob wir gestorben wären. Wäre sehr knapp gewesen. So, wir können jetzt einmal resetten und runtergehen. Och, nö. Wer bist du denn? Keno, lass drüber reden. Lass parallel. Keno wollte nicht drüber reden. Keno wollte. Keno hat es nicht gefühlt, muss ich halt sagen. Die League kann halt in einer Minute so viel passieren. Ja, ne, du würdest dann halt praktisch eine Werbung, also eine Minute, eine gute Werbung zwischen den Games machen. Und nur dann. Mh. 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 Hey, 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 Kollege. Tatsächlich, Tristaner Mitte könnte richtig stark werden, wenn ich mit Articary weiter so erfolgreich bin. Mh. Mh. Naja, also ich finde Werbung während League ist das Schlimmste überhaupt. Weil du, also wenn dann irgendein Teamfighter oder sowas ist, ist halt völlige Katastrophe, ne? Was bekommst du denn, Bruder, für die Werbung gezahlt? Also wenn ich drei Minuten Werbung pro Stunde schalten würde, bei meinem Stream Pensum, das ich aktuell fahre, das ist natürlich abhängig vom Monat und so, aber bei drei Minuten Werbung bei meinem aktuellen Stream Pensum würde ich ungefähr 50.000 bis 60.000 Euro im Monat verdienen. So, bitte was? Ja gut, schaut mal, wie viele Leute da sind bisher. Das ist halt völlig, das ist schon crazy. Ja, ja, das ist, also, das ist schon sehr, sehr krank, ja. Dafür würde ich mein Einkommen halt vervielfachen, wenn ich halt aktive Werbung schalten würde. Das ist schon ziemlich nasty, ja. Ja, ja, in der Tat, in der Tat. Aber die Zuschauer würden auch weniger werden. Ja, aber es ist, es hat sich herausgestellt, dass das einfach nicht stimmt, tatsächlich. Also, das ist so, das ist dieses, diese, diese, diese Angst, die immer da ist und da bin ich voll bei dir. Also, diese Angst habe ich komplett. Aber es ist halt viele Creator, die halt ein bisschen Werbung schalten, wenn du nicht übertreibst, wenn du jetzt nicht 20 Minuten Werbung schaltest oder so pro Stunde, dann hat das keinerlei negative Auswirkungen auf deine Zuschauerschaft. Ganz im Gegenteil, im Gegensatz gehen sogar noch deine Subs nach oben, weil die Leute lieber werbefrei schauen wollen. Das ist halt, also, das ist halt sehr, ist sehr krass, tatsächlich. Das ist sehr, sehr krass. Werbung ist halt unfassbar gut auf Bitch mittlerweile, ja. Ich meine, es wird sich bestimmt auch irgendwann ändern. Ich habe keine Ahnung, wie das finanziell möglich sein kann. Und es kommt natürlich immer auf den Monat an, aber das ist, also, es ist schon heftig. Du machst jetzt also den Cashout, wieso? Ich streame für dich seit fast 10 Jahren und habe noch nie Werbung gestaltet in den 10 Jahren. Ich habe letztens gerade gesagt, ich denke darüber nach, ob ich das machen soll. Ich habe mich jetzt noch nicht entschieden, das zu machen. Ich denke nur darüber nach. Ich bin der werbefreiste, wahrscheinlich intensiv finanzierteste Stream, den es überhaupt gibt auf Twitch, in meiner Größenordnung. Was war das für ein Schaden, plötzlich? Wer kommt da? Wo ist er? Hm. Hm. Ich denke, ich gehe Resetten und TP. Nein, Azerman Gold macht es auch so, das stimmt. Ja, Azerman Gold ist da auch so. Ich meine, man muss fairerweise sagen, in meiner Streamgröße, denn man will halt auch nicht gierig sein, weil man verdient halt so unfassbar gut einfach schon. Das ist schon sehr, 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 sehr insane. Ah, da muss ich einfach direkt daschen. Ich habe gegreedet. Ich dachte, ich kann noch einen tanken. Das war dumm von mir, leider. Okay. Hat geklappt und wir haben Drake contested. Ah, ich meine, Voting sind immer halt sehr unaussagekräftig, weil halt am Ende des Tages machen halt nur 10, 15 Prozent der Leute mit, weißt du? Das heißt, das ist immer sehr, sehr unaussagekräftig. Wie gesagt, ich habe nur gesagt, ich überlege es mir. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich mache oder nicht. Ich meine, mir geht es auch so sehr, sehr gut bisher. Das ist einfach nur, man denkt drüber. Das ist dasselbe wie mit Madeira zum Beispiel. Madeira habe ich mir auch überlegt und bin zum Schluss gekommen, dass ich es nicht machen möchte. Es ist halt, man denkt über solche Sachen nach. Ob man das dann wirklich macht am Ende des Tages, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Man denkt über diese Dinge schon. Oh, nein, ist mir drüber. Man denkt über diese Dinge einfach nach. Oh, nein, ist mir drüber. Nachdenken, das kannst du ja für einen kurzen Moment ausprobieren. Ja, ich meine, klar, das könntest du schon machen. Ja, gut Ding will beide haben, ne? Einfach mal. Jetzt erstmal mache ich es auf jeden Fall nicht. Irgendwann mal vielleicht. Na, du kannst nicht einstellen, was für Werbung kommt. Nee, das liegt nicht in deiner Kontrolle. Die wird von Twitch ausgewählt. Oh, war da gerade ein Klieber? Oh, okay. Scheiße. Der ist actually fucking strong, der Mundo. Jetzt kommt sie raus. God damn, ist der Mundo stark. Ja, für uns indirekt gut. Du kriegst mehr Geld von Twitch und zahlst damit mehr Steuern. Ja, das ist das richtige Mindset, ja. Ganz genau. Die Refinanzierung des Twitch-Jets durch meine erhöhten Steuerzahlungen. That's got them right. Mundo in Blade ist wirklich OP. Ich finde, mit Level 16 ist Mundo immer so disgusting, weil die Ulti dann so unglaublich viel halten. Warum ist denn unser Sion eigentlich nur am Split-Pushen? Wait a minute. Verlieren wir jetzt das Game? Hey, wait a minute. Die haben gerade Nash gemacht. What? Wait a minute. Aphelios Rage Split pushed. Oh, okay, okay, okay. Das wird einmal ganz kurz ansporniert. Das will ich jetzt nicht noch verlieren. Da sind zwei. Aphelios, nee. Oh, der könnte halt hier irgendwo sein. Es wäre relativ wahrscheinlich, dass der hier irgendwo ist. Kann ich einen Mundo kill? Nee, ne? Den lassen wir hier mal in Ruhe, den Mundo. Kannst du garantieren, dass es keine Werbung in der Game? Ja, du kannst halt einfach einstellen, weil die Werbung kommt, ja. Du hast ja praktisch so einen Manager und dann drückst du halt auf den Knopf und dann kommt Werbung. Bro, da kommt ein TP. Lass mal lieber. Da könnte irgendwo auch noch ein Udyr sein. Du kennst heute ungewöhnlich viele Autos für deine Welt. Ich bin krank und spiele den ganzen Tag schon. Ich bin ganz zufrieden mit dem Gameplay bis jetzt. Heute war ein guter Tag bis hierhin. Richtig viel Plus gemacht. Oh, der ist da. Alter, dieser Mundo ist unfassbar strong, ist das was. Ich krieg den ja auch gar nicht tot. Okay, wie gewinnen wir dieses Gun? Die sind Full Armor, die Gegner. Okay, 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 okay. League of Tanks, ja Tanks sind echt nicht schlecht zur Zeit. Hm, man, die Nation, die pushen, ne. Ich muss den Drake noch kurz hier unten. Der Mundo ist nicht da, wir sollten fighten hier. Ich war nicht base, der Mundo ist nicht da. Okay, ganz viele Kills, okay, pushing. Das ist heftig, wie stark das ist. Ich glaube, ich kann den nicht killen, oder? Alter, was ist dieses Shit? Bro! Ich hab ne Millionen DPS. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab ne Jinx mit Lord Dominix und ne Trist mit Lord Dominix. Und ne Thalia. Das ist, ey, what is happening? Muss ich Blade bauen für den, oder was? Mh, hm. Mh. Mh. Eben hinten, bevor er wiederkommt. Das wird leider nicht funktionieren, da. Mh. 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 Aber der Captain lebt wieder, ne? Vorsicht. What the fuck is this shit? What the fuck is this shit? What do you mean, bro? Da ist sogar Healing Reduction auf dem drauf. Auf der anderen Seite spiel der halt allein, ne? Der wird jetzt, der wird dieser Mundo, aber das ist ja crazy, wie stark das ist, aber der wird das Game verlieren. Wir können jetzt einfach Ende machen, ja? Das ist also schon bitter für ihn, muss ich sagen. Wie viel Leben hat denn der? 7000. Arme, arme Mundo, ne? Can you remember? Das ist ja krass, ey. Holy shit, Leute. What? Das ist ein Mann, die verdenkte vorhin. Holy shit, ey. Wie hat er denn das überlebt alles? Wie hat er denn das alles überlebt? Oh, Gott, ey. Das ist... Das ist... Das hat auch fast most damage im Game, der Kerl. Wie viel hat der Damage taken? 92.000, ne? Kannst du nicht mit den 50.000 Euro im Monat nicht einfach 10.000 Leuten einen Sub kaufen, dann kriegen die keine Werbung. Das funktioniert leider nicht so. Weißt du, das Problem ist, dass wenn du, ähm, wenn ich, wenn ich jetzt 50.000 Euro einnehmen würde, bin ich in einer Einkommensklasse, wo ich praktisch 50% Einkommenssteuer habe, also zwischen Einkommenssteuer und Gewerbesteuer etwa. Also nicht ganz, es sind mehr so 46 oder so, glaube ich, sind es irgendwie sowas, wenn du das halt schon schaust. Ähm, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber in der Dreh ist das ungefähr. Und dann kannst du natürlich die Subs wieder angeben als Ausgabe, aber dann kriegst du nur einen gewissen Prozentsatz zurück. Weißt du? Also, ist Steuerhinterziehung keine Option? Steuerhinterziehung ist immer eine, nein, oh, holy shit. Wenn ihr vom Finanzamt seid, ich zahle meine Steuern. Okay, die Hände sind oben. Ja, also, ich, ich habe alles, alles korrekt. Alles korrekt, ne? Finanzamt, ne? Bitte nicht. Ähm, äh, 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 auswandern. Äh, ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass es mich natürlich gebitzelt hat mit, äh, mit Matera einfach, weil, also, ich weiß nicht, wer, also, das weiß ja mittlerweile jeder, ne? Das ist ja mittlerweile offen, äh, dass du halt 0% Einkommenssteuer hast in Matera. Und 0% Einkommenssteuer ist schon sehr krass. Ähm, äh, zack, 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 ja, ich bin Kaserin. Äh, äh, so, zack, zack, zack. Äh, danke an Felix WNBS. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. Schön, dass ihr mit dabei seid, Leute. Ganz, ganz viel Spaß hier im Stream wünsche ich. Nicht böse gemeint, aber ist deine Frisur auch krank? Ich glaube, ich war immer sehr offen, äh, damit. Ich bin, ich bin halt einfach ein fetter Nerd. Ich liebe Videospiele, ich zocke gern Videospiele. Mittlerweile schäme ich mich nicht mehr so für mein Äußeres, ne? Ich habe halt immer offen kommuniziert. Ich war immer ein fetter Nerd. Ich werde immer ein fetter Nerd sein. Und das ist okay. Ich, 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 ich mal, also, ich bin da nicht mehr so, wisst ihr? Ich kann jetzt natürlich versuchen, hier irgendwie eine schöne Frisur zu machen, aber am Ende ist es heiß, bin ich halt ein Nerd, wisst ihr? Ja. Ich habe Wichtiges zu tun. Ich habe LP zu gainen in der Zeit. Wie funktioniert das mit den 0% Steuern? Äh, das hat zu tun mit dem, ich glaube, NHR Projekt oder so hieß das. Äh, die Idee von, die Idee war von Portugal oder von Madeira, dass sie qualifizierte Fachkräfte und Unternehmen, äh, nach Madeira holen. Ähm, womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass, äh, Künstler, also Streamer, Content Creator, das praktisch ausgenutzt haben, sich angemeldet haben dafür und dann, äh, sich für 10 Jahre 0% Einkommenssteuer sichern konnten. Hm, das ist ja Nive hier nicht so gut, wenn wir Smolder Top haben, oder? Äh, danke an Squall Revival, Mr. Freckle, Felix WNWs, vielen, vielen Dank dir für die 5 Abos, ne? Super lieb von dir. Ja, ich glaube, ich habe Bock auf eine Runde an Nive. Hoffentlich kriegen wir nicht zu viel Magic Damage, ja. Äh, das wurde geändert diesen Januar, ja. Weil die portugiesische Regierung gemerkt hat, äh, halt da mal. Aber deswegen haben jetzt sehr viele praktisch Content Creator und Influencer sind jetzt sehr kurzfristig nach Madeira gegangen und, ähm, oder haben zumindestens die Anmeldung gemacht und sich dann wieder abgemeldet. Ähm, am Ende des Tages haben die meisten, die nach Madeira gegangen sind, meines Wissens bereuend, weil am Ende des Tages bist du so weit getrennt von Freunden und Familie, äh, du bist sehr isoliert auf dieser Insel und die wenigsten sind wirklich glücklich damit, aus dem, was ich bis jetzt erfahren habe. Und einige denken auch schon wieder ans Zurückziehen. Das ist ja, hm. Ja, das ist Unger eigentlich auch gemacht. Also, Unger war sehr weit davor. Ich weiß nicht, ob der, also, das kann ich dir nicht sagen, ehrlicherweise. Das kann ich dir nicht sagen. Ähm. Ja, Levitas, vielen lieben Dank für den Support. Schön, dass du mit dabei bist. Ähm. Geld alleine macht halt nicht glücklich. Da bist du, glaube ich, was auf der Spur, Chefe. Da bist du, glaube ich, was auf der Spur. Wir stehen jetzt 12 zu 1. Oh mein Gott, ey. 12 zu 1 ist fucking nice, boys. Let's go. Jetzt die Weinphoenix, Anivia. Trinkst du da einen saftigen Cuba Libre? Ich trinke immer einen Cuba Libre zum, zum Abend hin, ja. Oder zwei. Oh, Revelliomi. Das freut mich sehr. Das war sehr cool, ja. Das war damals noch mit Etov, war das. Ich hatte, ich war so nervös. Ich hatte so Angst, mich da hinzusetzen, ja. Aber hat am Ende des Tages geklappt. Wo du 24-7 vor dem PC sitzt, ist doch egal. Die Familie sitzt, siehst du eh kaum. Also, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich ohne meine Familie halt nicht wirklich funktionieren könnte bisher. Deswegen, das ist auch einer der großen Gründe, warum ich nicht ausgewandert bin. Und meine Familie ist, ich bin sehr nah mit meiner Familie und meine Familie hilft mir sehr viel. Und ist halt sehr viel um mich herum. Und in der wenigen, also, in der wenigen Non-Stream-Zeit, die ich habe, oder halt Non-Reisezeit, mache ich halt immer was mit meiner Familie. Und das hilft einem sehr, zu funktionieren und zufrieden zu sein. Ist mein. Also, Familie ist sehr, sehr wichtig für mich. Wenn du selbst das Geld nicht brauchst, warum schaltest du dann nicht Werbung und spendest das Geld? Ich glaube, dass du Leute nicht stören würdest, weil es für einen guten Zweck ist. Ja, da würdest du sehr falsch liegen. Das ist den Leuten scheißegal. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Das ist den Leuten tatsächlich scheißegal, ob das für einen guten Zweck ist oder nicht. Die schalten dann ab, wenn du viel Werbung schaltest. Wir nehmen ja immer mit FaceRush. Ja, repariert. Geld blendet sehr viele Menschen. Aber es heißt, blendet sehr viele Menschen. Das ist halt so eine Sache, wisst ihr. Das ist halt... Wie soll man das sagen? Oh, jetzt kommen die Deep Talks mit dem komplett übermüdeten Federick um 0 Uhr in der Früh. Wo waren wir stehen geblieben? Warum blendet Geld Menschen? Ähm, lass uns hier mal über Anivia reden. Andere Musik? Nee, ich will jetzt bald schlafen gehen. Das ist genau die richtige Musik, wenn man gleich schlafen gehen möchte. In welchem Matchup ist Asir mit Grasp? Gut. Ich glaube, ehrlicherweise in fast jedem. Asir mit Grasp ist sehr, sehr resistent. Hat halt fast keine schlechten Matchups, weißt du? In every Snowflake. Wait. Oh. Schade, wenn ich da den Stunt treffe, dann ist er doch tot. Jetzt haben wir das Problem, jetzt sind wir relativ low und wenn der eine WQ-Kommel auf uns trifft, sind wir einfach tot. Vor allem, wenn der Vjekko da ist. Ich glaube, Geld ist schon was Feines. So ein bisschen finanzielle Sicherheit zu haben im Leben, glaube ich, also macht einem Leben viel, viel einfacher. Also ich glaube, wenn man sagt, dass Geld nicht hilft, glücklich zu sein, das ist man ziemlich deluge, ne? Geld ist nicht alles. Und ab einem gewissen Punkt kann man sich in Geld verrennen und das ist nie sinnvoll. Aber, also, es hilft. Richtig krass habe ich das bei einer so Reise gemerkt. Ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, Korea oder so. Also, einfach diese Sicherheit zu wissen, dass wenn einem was nicht gefällt oder dass man keine Freude hat, dass man dann einfach sagen kann, okay, dass man einfach sagen kann, okay, ich kann es mir leisten, einfach zu gehen und nach Hause zu fahren. Ich habe da, ich kann einfach zum Flughafen gehen, wenn ich will und mir ein Ticket lösen und ich kann da finanziell stemmen ohne Probleme. Oder auch so das Gefühl, du gehst in den Supermarkt und du kannst ja einfach, du musst nicht auf die Preise achten. Manchmal, als ich studiert hatte, hatte ich das ganz krass, dass ich auf Preise achten musste. Da habe ich dann damals, war es immer beim Interspar, war das. Da habe ich dann immer beim Interspar halt nach den Angeboten gescoutet. Also, in Österreich dann praktisch. Also, wenn es umso essentielle Sachen im Leben sind, wie Gesundheit und Essen und, was weiß ich, Mobilität und so, dann ist, glaube ich, Geld schon sehr broken und kann einem sehr viel Druck aus seinem Leben nehmen. Wie gesagt, ist nur meine Meinung. Der Interspar, ja, der hat sogar Inter im Namen gehabt, oder? Das war damals, das war der Laden meines Vertrauens. Was machen wir hier eigentlich gerade? Wait, warum verlieren wir? Wo bin ich? Was? Oh mein Gott, wie kann man denn das mistimen? Dich Baboon. Mein Gott. Das war ja turbo bad. Das war ja turbo bad. Das war ja customized. Oh mein Gott. Das war ja격zt. Oh mein Gott. Ja, schau mal, ob er... Ja, jetzt haben wir endlich unseren Manaflow-Band-Pock durchgestickt. Das heißt, jetzt haben wir zumindest die Situation, dass wir immer so ein bisschen passiv die Region bekommen. Okay, da ist er wieder. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Mana, ne? Aber wir müssen halt irgendwann jetzt einen Reset finden, weil so können wir natürlich nicht wirklich Druck auf ihn ausüben. Wir hätten jetzt unseren Catalyst. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Item für Nibia. Wenn wir ihn ab und zu punchen können, können wir Presence of Mind aktivieren, was sehr, sehr wertvoll ist. Aber da musste ich leider ihn für den Lasted. Ich glaube, wenn ich jetzt hier mein Ult in die Wave mache, sollte es ziemlich genau reichen für die ganze Wave. Alright. Danke, wenn wir einmal zurückgehen. So, mal Richtung Mitte. Danke auch an Silence für den Support. Willkommen. Wir schauen mal auf die Map. Also, Toplane sind wir gut dabei. Chancel sind wir gut dabei. Mitte sind wir gut dabei. Botlane ist ein Disaster, meine Damen und Herren. Okay. Interesting. Ja, mein St uno ist. Okay, okay. Ich hätte den Kill natürlich auf den Dings lassen können, auf der anderen Seite denke ich mir, nö. Ich will mich ja gerade ulten. Also ich versuche ihn zu baiten, mich zu ulten. Ist immer so dieser Tanz, ne, ihr wollt euer Q halten und er will, dass ihr euer Q benutzt, damit ihr euch ulten kann. Der Tanz, meine Damen und Herren. Schaut mich, scorcher bis er da tut. Nächste noch pushen. Und dann sollten wir einfach Basen verrotten, ja. Schön. Einmal Resetten gehen, die werden Basen unten sowieso aussehen. Hm. Können wir hier vielleicht noch einer rein pushen. Können wir nochmal Resetten gehen, Vorsicht. Mhm. Fertig, ne. Die hat mich gar nicht gebraucht. Ich dachte, die Lulu ist noch im Gebüsch stehen da eben, my bad. Können wir mal nach oben gehen. Wir haben jetzt zwei sehr gefeatete Magic-Damage-Stealer. Ja. Wir haben wichtiger Knill für die Jinx gewesen, weil der 700 Gold wert war. Wir werden jetzt die Goobies bekommen. Okay. Mhm. Wir werden wahrscheinlich Top-Diven. Ja, machen wir. Ich kann direkt kommen, aber... Ha. Nicht direkt genug. Ich kann trotzdem kommen. Wir sollten dafür gehen einfach. Diana ist sehr, sehr fett. Ich bin sehr, sehr fett. Ist der denn Turret genommen? Ob er wird dafür mit seinem Leben bezahlen? Hm. Wieder los Richtung Mitte. Die sind Bozzalo. Besteht die Möglichkeit, ob ich auf der Gamescom bin? Aktuell bin ich noch nicht sicher, ob ich auf der Gamescom bin. Das kann ich dir noch gar nicht sagen. Das kann ich dir noch gar nicht sagen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, ob ich da was zu tun habe oder nicht. Das ist halt für mich ist es als Privatperson ist es mittlerweile halt nicht so einfach, die also die Gamescom zu genießen, um ehrlich zu sein. Schade. 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 Ähm. Das war Flash-Set, Ignite-Set und Ult-Viego. Ich glaub Ult-Viego war es noch. Kein Aldi-Cam. Ich weiß nicht, das steht ja noch nicht fest, weißt du. Deswegen muss man halt gucken. Dann hat man an der Bot-Line los und ist einfach sehr sauer halt. Das Game ist hart. Also wir haben, unserer Vein geht es nicht gut, unserer Jinx geht es überhaupt nicht gut. Es wird ein schweres Game zu gewinnen. Können schön, ob der Jon den vielleicht oben bleiben möchte, ne. Aus-Tiger-Ifisiä. Was ich da? Wauwen, du wißt du hier? Habt ihr das? Alles, was ich da? Und dann. Oh, dein Ding, blunt. Ja, ich hab's da. Beat-Man, du mord. Barsche. Schade, du teuf! Dini, das, das ist lo, das war, du wirst. Ja, du wirst du wirst. Ohne Ulted, hm? Ja, das ist doch sogar ohne Ulted. Crazy, wie stark der ist, der Yon. Gefeateder Yon ist allgemein. Das ist immer so was Mistiges, hm? For Fate? Ist doch nicht ein Game auf, nur weil es nicht gut läuft. Wir sind ja sehr, sehr gut dabei. Diana ist gigafit. Die Diana kann vielleicht einfach Solo-Carry näher. Ich glaube, die Ult hat dich getroffen. Ne, sonst wäre ja meine Ult gecancelt worden, oder? Oder nicht? Meine Ult wurde nicht gecancelt, glaube ich. Vielleicht hat sie mich getroffen und ich bin einfach dumm. Oh, sehr knapp. Nice. Wir haben hier Swifties. Ich baue immer Swifties auf Anivir. Ich finde das einfach stärker. Der Diana macht hier richtig Work, hm? Nice. Wichtiger Jynx-Sniper. Damit kommt sie raus. Also wir brauchen jetzt noch Seraphs und Sonyas brauchen, ja. Und dann natürlich sowas wie Void Stuff, ne? Weil die Gegner sehr tanky sind. Also die werden halt im Airbauen einfach. Langfristig. Black Teddy. Vielen lieben Dank für den Support. Übst du die Woche noch fürs TFT-Turnier? Hatte ich nicht vor, ne? Ja. Ein so ein gottgegebener TFT-Spieler. Ich glaube nicht, dass ich Training brauche, um zu gewinnen. Ehrlicherweise. Ehrlicherweise. Das soll ja auch piss easy sein, das aktuelle. Also von daher sollte es eh buzzen. Zum salzigen Spucken ab. Willkommen. Das ist für ein Turnier und wann? Das ist so ein Riot organisiert. Ab und zu, wenn neue Sets rauskommen. So praktisch Creator Turniere. Oh. Oh, ich habe genau in der Sekunde eine Ecke gekriegt. Das ist natürlich lange. Fächt. Äh. Äh. Das ist echt spannend. Is das eine Diabteilung bringen? Ich hab gesagt, ne? Ich hab gesagt, nein. Ich hab' gesagt, nein. Ein Wiener Wind. Wiener Wind, schau dich, mich. Nicht mein bester Port. Alles okay, der Virgo hat geflasht und geholte. Mein Gott. Und ich habe fast die ganze Valve gekleert. Also, not too shabby, not too shabby. Aus irgendeinem Grund war ich mir sehr, sehr sicher, dass meine Diana bei mir ist. Aber die waren nicht bei mir. Ich hätte einfach top gehen sollen und chillen. Sobald ich Sonja ist, habe ich das Game so viel besser. Ich schaffe es nie zu tilten. Ich spiele dieses Game seit so vielen Jahren. Es ist schwer zu tilten. Gerade in meiner Akte. Ich meine, ich bin so zufrieden mit meinem Leben. Wenn diese Scheiße mit der Stimme nicht wäre. Leute, Leben wäre absolut perfekt zurzeit. Das mit der Stimme ist ein bisschen lästig, um ehrlich zu sein. Heißt du das noch? Ja, leider. Ich hoffe, dass es jetzt Stück für Stück einfach ein bisschen weggeht bisher. Und besser wird. Damit ich auch wieder ein bisschen mehr schreien kann und Emotionen zeigen kann. Nicht wie aktuell. Geh mal zurück. Er soll auf jeden Fall den Drake bespielen hier. Er ist auch zwei Items. Also ich bin jetzt relativ stark. Relativ stark, ja. Lass uns den Win hier mal holen. Mal einbrütender Ding. Mal einbrütender Ding. Was? Kein TP. Ich muss oben halten. Ich kann runtergehen. Ja, wie gesagt. Kein TP. I have felt this corruption before. Das ist jedes Mal dieselbe Kacke mit Yon, oder? Das ist einfach so kolossal nasty, ey. Scheiße, Leute, das ist huge für die Gegner. Ich bin schnell genug, oder? 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 Nein, ich bin nicht fast genug. Ich bin schnell genug, oder? Ich bin schnell genug, oder? Your turret has been destroyed. That's up, bro. Your turret has been destroyed. Shut down. Shut down. Murderous chickens. Die Vayne ist abgedreht, weil sie den Red Buff machen wollte, stattdessen. Das ist echt ärgerlich. Ein Free-Kill gewesen. Penn Shutdown? Aber ein Free-Kill. Wir haben nicht mal in Ine verloren. Das ist schon winnable, das Game. Das fühlt sich sehr schwer an. Die Gegner sind so strong. Wir haben nicht mehr als Sonya, sondern brauchen wir Void. Und wir brauchen Level 16. Und wir müssen irgendwie Teamfighten. Aber die werden uns halt Split pushen die ganze Zeit. Also wirkt alles, äh, ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen hilflos hier, muss ich sagen. Was wir hier machen können. Das ist so crazy, dass der Yon einfach gegen die gewinnt mit 0 MR, äh. Ja. Ai, 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 Riot. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. wow ich sehe null damage an den leider also absolut null Wow. Das ist echt kröbisch. Okay. Wir werden jetzt als nächstes, sorry, dass ich so wenig rede gerade, aber ich, holy shit, ich bin ein bisschen müde und, god damn, ist das Game hart, nicht jedes Midlane-Game, die sind die absolut härtesten Games immer, die Midlane-Games, aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall unser Sonja's, bevor wir, oh, das ist vielleicht mein Tod. Ich weiß schon, wäre es nicht mal tot gewesen, wenn ich der auch gekommen wäre, interesting. Vielleicht können sie die zu zweit killen unten, ne? Wollte ein Fickel sein. Please, guys. Okay. Nice. Ich mein, leider kriegen die Nash währenddessen, außer sie pushen Mittel. Der, der, der Gruppe von denen kennt halt nur einen, eine Richtung und das ist geradeaus. Wir hätten mal eine ganz große Chance, wäre, äh, Jinx Rocket, ja, Jinx Rocket an-Clown. Viel zu früh, oder? Ja, wir haben nicht so viel Pech Ja, nicht. Ja, wir haben den Griffen. Oh. Oh-oh. Oh. 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 Okay, 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 okay. Wego ist oben. Das heißt, wir kriegen mindestens einen Turret. Wahrscheinlich zwei. Können wir enden? Wahrscheinlich nicht, ne? Es leben nur Lulu und Wego für 20. Wir haben Jynx Push. Ich muss einfach rausgehen. Gut. Wie gesagt, brauchen wir jetzt Voidstaff. Und nach Voidstaff können wir dann gerade bei uns gehen, falls wir nur so weit kommen könnten. Das ist natürlich ein bisschen spekulativ, ne? Also da werden wir wahrscheinlich hinkommen. Aber wenn wir da hinkommen, wäre es sehr stark. Warum kickt Alistair ständig die Leute aus deiner Ultra aus? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich habe mich dann auch schon gefragt, aber am Ende des Tages... Deine Antwort ist genauso gut wie meine. Vielleicht hasst er Frost oder so? Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, aber vielleicht hat er was dagegen. Mafia? Ich glaube, der probiert schon, sich zu bemühen. Oh nein, oh nein. Ja, schöner Fallback kriegen. Ja, ich kann ja bestimmt die Solo halten, du Pfeife. Oh mein Gott, ich habe es gehalten worden wie fucking Thor. Das ist echt crazy, dass er das gehalten hat, ne, Leute? Das ist fucking crazy. Hier mal rein. Vielleicht kann ich dir da ein, zwei Kissen holen. Okay. Sollte ich auch mal runter-chasen können, ne? No way. Ja, das muss ein Game sein. Okay. Puh. Actually, ist das Game? Weiß ich nicht. Gut, wie? Oh, das ist wichtig. Das mental der Win noch, ja? Oh mein Gott. GG. Oh, was ein Late Game. Was ein Late Game. Ist das krasse. Was ein goddamn Late Game. 13.1. Wow. Wir steuern jetzt mit allen Accounts auf Master MMR zu, ne? Das ist sehr erfreulich hier, Leute. Das ist wirklich sehr erfreulich. Das ist doch geil gespielt. Danke dir, danke dir. So, Leute. Promoted to Diamond 2. Heute war ein sehr, sehr guter Tag für das Projekt. Diamond 1 auf Top. Diamond 2 auf Mitte. Master of AD. Morgen gibt's vielleicht noch eine Win-Challenge, ne? Mit NNO. Ich guck nachher noch in die Gruppe, was jetzt rausgekommen ist. Ich werd jetzt nicht weitermachen, sondern werd mich noch ein bisschen schonen, damit ich morgen fit bin. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen Spaß gemacht heute. Und ansonsten wünsch ich euch eine gute Nacht. Danke, dass ich für euch hier sein konnte. Äh, dass ich, äh, dass ihr mir zuguckt hier beim Streamen, ne? Beim Daddeln. Und ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Projekt. Und morgen geht's weiter mit weiterem Gameplay. Passt euch auf, ihr Lieben. Macht's euch eine gute Nacht. Bis dahin. Ade. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.